Was machst du denn da? Ja, Rückblick. Oh ja, letztes Jahr WannaCry, ne? Da ist einiges dieses Jahr passiert. Oh ja, ganz schön. Ja ja, wir waren viel unterwegs am Anfang des Jahres. Dortmund, war das schlimm. Aber egal, lass uns das die Profis erzählen, wir begrüßen hier ganz freundlich Konstanze, Nexos, Frank Rieger und Linus Lauter. Ja herzlich, Test, Test. Du musst es anschalten. Ich habe es angeschaltet. Ne, du hast es ausgeschaltet. Ah, ich habe es ausgeschaltet. Herzlich willkommen zum CCCA-Ausrüstung 2017. Das Jahr war ja so ein bisschen holprig, würde man wohl sagen. Und es war eine ganze Menge los, darüber wollen wir sprechen. Im Gegensatz zu früheren Jahren werden wir dieses Jahr nicht chronologisch vorgehen, weil wir dachten, dieses Jahr macht chronologisch noch weniger Sinn als ohne Chronologie. Deswegen sind wir so ein bisschen auf Themenblöcke ausgewichten. Wir fangen mal an mit einer Danksagung an unseren alten Standort. so sah Hamburg aus, als wir damit fertig waren. Ja, und so eine Location zu verlassen ist natürlich irgendwie ein emotionaler Moment, aber auch so ein Blick auf, wie sich auch die Veranstaltung gewandelt hat. Wir haben den 28 C3 in Berlin mit ungefähr der Anzahl Personen abgehalten, die in Hamburg in den Saal 1 gepasst haben. Die Gesamtfläche vom BCC war ungefähr das, was wir in Hamburg als Hackcenter hatten, also die Grundfläche. Und die Veranstaltung haben wir von 3, etwas über 3 auf 6 auf 12.000 und jetzt hier in Leipzig habe ich auf 15.000 Personen gebracht. Wer von euch ist denn zum ersten Mal auf dem Kongress? Ja, herzlich willkommen! Nicht schlecht. Ja, so eine Veranstaltung größer werden zu lassen geht natürlich nur, weil wir sehr viele Menschen haben, die als Engel helfen, diese Veranstaltung zu wuppen und das ist… Das ist auch so ein bisschen so der Kern dessen, wie der Chaos Computer Club funktioniert, dass wir eigentlich alles, was irgendwie geht, mit freiwilligen Arbeit machen. Das hat natürlich Auswirkungen daraus, wenn wir im Laufe des Jahresrückwegs nochmal zu kommen, dass wir nicht immer so super ultra professionell agieren können, weil die Menschen halt, die sich für den Club engagieren, halt einfach auch normale Leben haben, normaler Arbeit nachgehen und alles, was sie für den Club tun und im Club tun, halt ihre Freizeit ist, was sie tun, weil sie daran glauben, weil sie es gerne möchten, was natürlich dazu führt, dass wir insbesondere, wenn wir dann halt mit, sagen wir mal, professionellen Lobbyorganisationen zu tun haben, uns schon überlegen müssen, wie wir da in solchen Konflikten bestehen können. Was es auch bedeutet, ist, dass die Frage, wie schafft man im Club auch auf den Veranstaltungen eine Community, die immer größer wird, trotzdem noch beieinander zu halten, dieses Kongressgefühl, dieses, wir sind eine Familie, beieinander und aufrecht zu erhalten, obwohl wir immer mehr werden und auch immer mehr unterschiedliche Interessen und, naja, ich würde jetzt nicht sagen Strömungen, aber doch Arten zu leben und zu denken, zueinander kommen und das ist so eine der großen Aufgaben, die wir so sehen in den nächsten Jahren, nicht nur auf den Veranstaltungen, sondern auch im CCC. Wir haben aber auch, denke ich, gerade in dieser Hamburger Zeit einfach viel Zuwachs bekommen und den haben wir absichtlich bekommen und den haben wir, über den freuen wir uns auch von verschiedenen Teams, die eigentlich die Orga und das Event jetzt ergänzen. Ihr erinnert euch sicherlich an das Projekt Chaos Patin, die sich bemühen für Erstbesucher und insbesondere Frauen hier ein Willkommen zu schaffen und eine Akklimatisierung auf so einer Großveranstaltung herzustellen. Wir haben ein Awareness-Team, was hier sich dafür sorgt, dass alle einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen und ich denke, das ist die eine Sache, über die wir uns ja wohl alle einig sein sollten. Ich hatte an dieser Stelle jetzt mit Applaus gerechnet. Wir haben ein CERT, das hier die absolut perfekte medizinische Versorgung mit unglaublich vielen Menschen mit einem professionellen Background in einer professionellen Service-Level-Qualität bereitstellt, die jedes Jahr sich nochmal toppen und für alle Bedürfnisse, die unterschiedliche Menschen hier haben können, insbesondere auch, wenn es Limitierungen gibt, wie man sich bewegen kann, für all das bereitstehen. Wir haben, ihr habt es bei der Opening-Ceremony gesehen, danke, da ist wieder so ein Applaus, mit dem habe ich aufgerechnet. Wir haben Gebärdensprachendolmetscher, wir haben das Lingoteam, was live übersetzt. Ich bin einfach jedes Mal so ein bisschen überwältigt, wenn ich das alles so auf einem hoffen will. Wir haben auch seit einigen Jahren schon ein Team, was Menschen aus dem autistischen Spektrum näher betreut, das auch gewachsen und bietet jetzt sozusagen, nachdem es eher so inoffiziell wir als offiziellen Service an. Das heißt, aus der Community heraus sind diese Ideen gewachsen und werden einfach in den Teams organisiert, ohne dass da groß Hilfe von der Gesamtauga geleistet werden muss, sondern die sich einfach selbstständig organisieren. Und dass die Anzahl der Engel mit der Größe des Wachstums derjenigen, die hierher kommen, mitwächst, macht uns natürlich unglaublich stolz und ist, glaube ich, ein Charaktermerkmal dieses Kongresses, was wir auch unbedingt erhalten wollen, sodass sich einen Großteil wirklich als Teilnehmer versteht und nicht als irgendwie Konsument. Und dass man auch diese, wie heute, wo so viele wegen des Junghackertags so viele der Jugendlichen und Kinder dabei sind und auch familienfreundlicher geworden ist, dass wir das beibehalten können und diesen speziellen Charakter eben erhalten können. Und das war ein Dank an euch. Und wir freuen uns natürlich über den neuen Spielplatz, den wir jetzt zu bespielen haben. Allerdings. Wir sehen, wie bei so einem Umzug, da kann man vieles sofort wuppen und man sieht immer auch noch einiges Optimierungspotenzial und sei es auch nur typografisch. Wir müssen da mal dran arbeiten. Genau. Also in diesem Sinne, dieser Kongress ist quasi die Beta in diesem Haus. Das heißt, wenn es an so ein paar Ecken noch ruckelt und noch nicht so ganz so endgültig toll ist, das sind alles die Dinge, die wir uns für nächstes Jahr aufschreiben. Das heißt also, es liegt dann auch an allen, alle Dinge besser zu machen, die wir dieses Jahr feststellen, die noch nicht so ganz so toll super sind, wie es halt so ist direkt nach dem Umzug. Da hängen die Bilder auch noch nicht richtig an der Wand und sind noch nicht alle Bücherkisten ausgepackt. So, dann kommen wir mal zu den Klassikern dieses Rückblicks, nämlich der Verein. Der Kasscomputer-Club ist ja eine große Familie, die sehr viel größer ist als der eigentliche CCC e.V. Trotzdem gibt es diesen Verein, der halt quasi den Kern bildet im Sinne von dem engeren Familienkreis, der sich um die ganzen Finanzen und diesen ganzen Kram kümmert. Darüber wollen wir kurz ein bisschen erzählen. Nexus, machst du das? Ja. Wie immer hat uns das Office in Hamburg, was schon seit Jahren einen sehr, sehr guten und echt anstrengenden Job macht, weil dort werden mehrere tausend Mitglieder verwaltet. Auch wieder Zahlen zur Verfügung gestellt. Hier die Neumitglieder der letzten zwölf Quartale, damit man mal so ein bisschen Überblick hat, wie sich das dann auch entwickelt und wie sich so die Strukturen bilden. Also wir haben tatsächlich, sieht man irgendwie so, dass häufig so am Anfang des Jahres immer so ein bisschen weniger ist, Richtung Ende des Jahres ein bisschen mehr. Und wir sehen, dass der Verein eigentlich deutlich weiter wächst. Also wir haben auch dieses Jahr wieder eine deutliche Zahl von neuen Mitgliedern gewonnen. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass es auch immer mehr Menschen gibt und die Masse eigentlich immer breiter wird. Aber du musst schon die Anomalie da erklären. Da kommst du nicht drum rum. Also die Januar-Anomalie 2017 ist so ein bisschen eine Frage. Also das könnte so ein bisschen dran liegen, weil der nächste Block, der ist ziemlich groß, dass das Office ausnahmsweise mal ein bisschen Urlaub gemacht hat. Also man muss das mal so sehen. Wir hatten auch noch mal Zahlen, wie das so mit Mails aussieht. Da werden im Jahr mehrere tausend Mails von Hand verfasst und rausgeschickt. Und wie man das jetzt irgendwie leistet, das ist schon einiges an Respekt wert. Ja. Wir haben jetzt schon auf dieser Veranstaltung gehört, dass einige neue Fördermitglieder eingetreten sind. Also wir bitten auch um etwas Nachsicht. Wenn die Bearbeitung über das Office manchmal etwas länger dauert, ist immer nach dem Kongress oft so ein Hümpel an, so ein Stapel an Papier. Naja, auch da wird auch alles in freiwilliger Arbeit gemacht über das ganze Jahr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das echt, die sind auch gar nicht so viele und die sind echt gut beschäftigt. So, wir haben mal versucht so ein bisschen rauszuklamüsern, wo sich der Grascomputer Club so konzentriert. Wir haben ja in Deutschland insbesondere, aber auch in ein paar Ländern im Ausland, eigentlich in fast allen größeren Städten lokale Gruppen, die sich Erfa nennen. Das ist auch ein schönes altes Wort aus der Zeit von Tuwad. Das ist der Erfahrungsaustauschkreis. Und das haben wir beibehalten. Und dann gibt es noch Chaos-Treffs. Und also diese lokalen Gruppen ist eigentlich das, wo der Chaos-Computer-Club und das Jahr halt stattfindet. Also wo sich Menschen zusammenfinden, wo sie zusammen Projekte machen, wo sie überlegen, was man tun kann, Veranstaltungen machen, lokale Bildungsinitiative machen, lokale Pressearbeit machen und ja, halt in der Regel halt einen sozialen Raum haben, also ihren Hackerspace, den sie mit Leben erfüllen. Und das heißt also, dieser, das ist eigentlich so das Herz und die Seele des Vereins nicht das, was so nach außen sichtbar ist, sondern die eigentliche Chaos-Computer-Club ist in den vielen Städten, wo Menschen sich zusammenfinden. Ja, also man muss an der Stelle ganz klar erwähnen, dass tatsächlich die ganze inhaltliche Arbeit, die irgendwie so stattfindet über das gesamte Jahr, auch dieses, kommen wir später am Ende wahrscheinlich nur kurz zu, wir haben immer einen relativ großen Blog gehabt über Events, die lokal stattfinden. Diese ganze Arbeit wird in den Airfas irgendwie geleistet und in den Chaos-Treffs. Und das ist eigentlich so das, was auch diesen Kongress trägt, weil das ist das, was die Menschen zusammenbringt und es überhaupt ermöglicht, dass wir solche Veranstaltungen dann später überhaupt irgendwie durchführen können. Also wenn es euch hier gefällt und ihr zum ersten Mal hier seid und euch fragt, wie geht es denn so ein bisschen weiter, dann guckt mal, ob es in eurer Stadt einen lokalen CCC-Ableger gibt, in der Regel ja, oder in der nächstgrößeren und schaut da mal vorbei. Die sind in der Regel sehr freundlich, in der Regel gibt es immer einen offenen Tag die Woche, wo man einfach mal vorbeischauen kann. Und guckt auch mal unten in den Assemblies, viele von den lokalen Airfas- und Chaos-Treffs haben da halt ihren Anlaufpunkt und wir haben die schöne Tradition, dass im Kongress sich immer Leute zusammenfinden, die zwar aus der selben Stadt kommen, aber sie noch nie können. Das wollen wir natürlich auch fortsetzen. Wir haben auch weltweit eine Menge CCC-Mitglieder, die verteilen sich relativ wenig überraschend primär auf das deutschsprachige Ausland, also die Schweiz und Österreich, aber auch noch in diversen anderen Ländern und die, also wenn man es auf der Weltkarte anguckt, kann man so fast sagen, wir sind überall. Wir haben jetzt eine Weltkarte. Genau, wir haben jetzt eine Weltkarte. Aber Nexus, du wolltest mal die Farben erklären, die ist ja nicht selbsterklärend. Ja, das hat uns das Office so geschickt. Wir haben da einen Moment drüber gegrübelt und das mit der Liste vorher verglichen und das ist tatsächlich so, je dunkler die Farbe ist, desto mehr Mitglieder sind dort verortet. Da, wo weiße Flächen sind, das heißt nicht etwa, dass wir da keine Mitglieder haben, sondern da ist die Mitgliederzahl eben sehr gering. Und diese etwas gräulichen Flächen, das sind die Orte, wo wir vielleicht noch Mitglieder suchen müssen. Ist vielleicht auch ein Ansporn, also wer da irgendwie bekannte, verwandte Freunde hat, vielleicht wäre sowas interessant, damit wir diese Karte vielleicht mal komplett gefüllt bekommen. Oder auswandern will. Oder auswandern. Ja, dann kommen wir ein bisschen zu den Themen. Eines der bestimmenden Dinge, wo wir am meisten Anfragen dieses Jahr, was die Presse angeht, also mit am meisten Anfragen hatten, waren so zwei Themen. Aber eines der beiden war dieser ganze Komplex Fake News, Social Bots und dann am Ende dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da müssen wir jetzt leider mal ein bisschen länger drüber reden. Hoffentlich zum letzten Mal. Ich glaube nicht. Also das war wirklich sehr anstrengend. Also diese Social Bots haben ja dann wirklich über Monate, das war schon irgendwie letztes Jahr beim Kongress, dass wir dazu die ganzen Anfragen bekommen haben. Und irgendwie, ich glaube die dpa hatte getickert, einer der Schwerpunkte sind die Social Bots. Und das war, Schwerpunkt ist natürlich ein großes Wort. Und dann war es ein Schwerpunkt. Dann war es einer, zumindest für unsere Arbeit. Und das ging dann so nach ein paar Monaten, da wurde dann eine Technikfolgenabschätzungsstudie gemacht, wo wir unsere Einschätzung zugegeben haben. Da gab es öffentliche und nicht öffentliche Anhörungen zu diesem Thema. Und ich sage mal, das Thema hat ja jetzt gar nicht unbedingt so viel Fleisch, wie jetzt zum Beispiel sowas wie ein Staatstrojan oder eine Vorratsdatenspeicherung. Also aus der technischen Sicht. Aus der technischen Sicht, aber wenn du mal, man sieht die Situationen, zu denen es da kam. Also man achtet auf das Datum von diesem Bild, was so ein bisschen sowas dazu sagt, wie sehr wir dieses Thema mochten so übers Jahr. Das ist also der 30. Januar. Man sieht, ich bin dann auch so nur noch mittelgut gelaunt und werde aber auch mit einigen Befremden von den anderen Sachverständigen da wahrgenommen. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch die Rolle des CCC hier. Wie wir, wir haben eigentlich ein bisschen mit Verärgerungen wahrgenommen, wie wenig Daten getrieben, wie wenig fundiert da die Debatte stattgefunden hat. Und haben natürlich dieses Jahr hier, ich glaube mit zwei Vorträgen. Drei eigentlich. Sind es drei. Drei zu dem Thema, glaube ich mal gezeigt, wie man sich dem Thema auch mal wissenschaftlich datengetrieben und aufgeklärt nähern kann und freuen uns, dass wir dieses Jahr den Schwerpunkt Social Bots dann auch vernünftig gefüllt haben. Es hat sich über das Jahr, finde ich, ein bisschen geändert. Am Anfang war die Debatte aus meiner Sicht inhaltlich sehr flach. Und so über das Jahr ist es aus meiner Sicht ein bisschen besser geworden, weil man auch zur Kenntnis genommen hat, dass es allerhand wissenschaftliche Studien gibt, über die man mal sprechen muss. Und so ein bisschen auch diese Geifernde und diese Hysterie, die sich am Anfang da so darstellte. Es waren ja immer die russischen Meinungsroboter, die uns manipulieren, die uns den Brexit gebracht haben und Trump. Und ich sage mal, diese These war ja dann doch schon so ein bisschen steil. Es gab einen zweiten Schwerpunkt, den wir im Nachgang nochmal auch in Deutschland gemerkt haben. Und das war, als im US-Kongress die Berichte rauskamen und die Facebook-Vertreter vorgeladen wurden. Also nochmal um diese russische Meinungsmanipulation geht. Also es war so eine Art Welle, die sich über die Jahre gezeigt hat. Also das war so ein bisschen unser Phänomen, dass wir eigentlich davor standen und gesagt haben, ganz ehrlich, die paar Bots auf Twitter, die werden doch jetzt nicht die Wahl umgestimmt haben. Habt ihr euch mal über zielgruppenorientierte Werbung Gedanken gemacht, was nun mal das Geschäftsmodell dieser asozialen Netzwerke ist. Und da waren wir noch allein auf weiter Flur. Interessant, dass es dann eben wenige Monate später sich in dem US-Kongress dann auch zeigte, wo wir diesen wunderschönen Moment hatten, dass da eben Wahlwerbung in Rubeln bezahlt wurde und Facebook sagte, seems legit, haben bezahlt, können wir machen. Insofern schien das Thema da mit den Social Bots zumindest zu diesem Zeitpunkt und in der Betrachtung der Auswirkungen doch so ein bisschen verfehlt. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ganz klar, dass wir mit dem Vertrauensverlust in die Politik, Vertrauensverlust in die Medien, der sich ja irgendwie unter dem Stichwort Fake News zusammenfasst, auf jeden Fall ein Phänomen haben und dass wir auch ernsthaftes Problem haben, welcher Umgang untereinander in diesem Internet teilweise herrscht. Und wir mit irgendwie, irgendwie vielleicht Befremden auf jeden Fall darauf blicken, dass dieses schöne Netzwerk, was vielleicht nicht geschaffen wurde, um uns alle zusammenzubringen und uns allen den Austausch zu ermöglichen, so doch eigentlich uns das Potenzial bietet. Und wir dann doch mit einigen Entsetzen und einigen Erstaunen darauf gucken, was da in diesem Netz los ist, wie da Menschengruppen miteinander umgehen und dann natürlich auch direkt wieder mit Entsetzen darauf blicken müssen, wie sich dann die deutsche Bundesregierung berufen fühlt, darauf zu reagieren. Da ging dann halt relativ bald die Diskussion über dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz los. Da hat der immer noch amtierende Justizminister Heiko Maas einen Vorstoß gemacht, der sich eigentlich ziemlich nahtlos einreiht, sondern die wenig qualifizierten Arbeiten seines Hauses in der Lissetupäde, die am Kern der Sache weitgehend vorbeigingen. Also es gibt da in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz genau einen einzigen sinnvollen Punkt, nämlich dass soziale Netzwerke beziehungsweise Webseiten, auf denen usergenerierter Content publiziert wird, in Deutschland mal jemand haben müssen, den man mal anrufen kann. Also dass es halt einfach eine Ansprechstelle gibt, wo man halt den Anbieter erreichen kann, wenn man ein Problem hat. Und der Rest ist halt tatsächlich ein Gesetz, mit dem die Durchsetzung von Recht delegiert wird, an die Plattformanbieter. Also das sind die Plattformanbieter mit den werbefinanzierten Anzeigen. Also mit den werbefinanzierten Anzeigen. Auch weil die Bundesregierung nicht sagen wollte, welche konkret gemeint ist, also auch die Informationspolitik, welche, also irgendwie namentlichen Netzwerke hier gemeint sind, hat die Bundesregierung ja nicht sagen wollen. Für mich war, zwei Sachen waren daran interessant. Einmal, ihr könnt mich in wenigen Themen daran erinnern, dass ich bei netzpolitischen Themen diese Art von Bündnis gefunden habe. Das war nicht bemerkenswert breit. Wir haben ja auch nicht so häufig, dass wir uns mit Wirtschaftsverbänden und so in einen Topf begeben, um gegen was zu protestieren. Also als Volker. Sekunde noch. Und wie wenig sich dieser breite Widerstand, der von sehr unterschiedlichen politischen Ecken kam, abgebildet hat in den Diskussionen im Bundestag. Die Union und SPD konnten gar nicht verstehen, worüber die Menschen da draußen debattieren. Also es war ein Disconnect, den ich selten erlebt habe. Also die Reaktion auf den Widerstand war relativ gering von Seiten der Koalition. Also um mal zu zeigen, wie breit dieses Bündnis war. Dieses Bündnis war so breit, dass Volker Tripp von Digitale Gesellschaft, als ich ihm dann telefonisch sagte, alles klar, der Chaos Computer Club hat sich entschieden, sich dem Bündnis anzuschließen, sagte er so, super, Linus, nur eine Frage, wenn Facebook dem Bündnis auch beitritt, tretet ihr dann wieder zurück oder nicht? So breit war dieses Bündnis, ja? Das war schon, also es zeigt natürlich auch, wie vielschichtig die Kritik daran war. Die war einerseits rechtlich, aber natürlich auch ganz faktisch, wie soll das eigentlich gemacht werden? Also ich glaube, daran zeigt sich so ein bisschen, wie unterschiedlich die Arten von Kritik waren. Also auch interessanterweise vielleicht. Facebook selbst hat sich tatsächlich geäußert, in vielen anderen Ländern, also schriftlich mit einer Stellungnahme, in vielen anderen Ländern hat eine Regierung keine Reaktion dieses Werbekonzerns erhalten auf gesetzliche Maßnahmen. Aber immerhin scheint der deutsche Markt so interessant zu sein, dass sie sich tatsächlich im Detail mit einer eher rechtlichen, aber auch teilweise mit ein paar technischen Stichpunkten Stellungnahme schriftlich geäußert haben. Das fand ich schon bemerkenswert, da sind wir anders als andere Länder. Also die Situation, in die halt so ein privater Plattformbetreiber gebracht wurde, ist halt, das ist im Prinzip gesagt, wurde per Gesetz, pass auf, du musst nach Kenntnis, du musst irgendwie quasi die Meinungsfreiheit verletzende Äußerungen innerhalb von 24 Stunden von der Plattform gelöscht haben. Wenn das wiederholt nicht der Fall ist, gibt es eine Strafe. Das heißt also, man kriegt quasi als Plattformbetreiber so einen Inhalt gemeldet und hat dann, ist dann der Richter darüber, verletzt das jetzt die Meinungsfreiheit oder nicht? Also ist das ein Inhalt, den ich löschen muss oder nicht? Und jetzt kann man natürlich einen Alpha-Fehler oder einen Beta-Fehler machen. Wenn ich jetzt also lösche, wenn ich den Beitrag lösche und der hätte eigentlich wer von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen und ich diesen Fehler mache, dann habe ich keine Sanktionen dafür. Pech gehabt, war ja mein gutes Recht. Ich musste ja löschen, ich musste sicher gehen. Wenn ich jetzt sage, ah, okay, das ist an der Grenze der Meinungsfreiheit, ich lasse das mal stehen, das ist schon noch in Ordnung und nachher werde ich vor Gericht dazu verurteilt, dass das nicht der Fall war, das heißt mein Urteil war falsch, der andere Fehler, dann habe ich sofort mit drakonischen Strafen zu rechnen. Es ist natürlich ganz klar, dass ich als Plattformbetreiber dann einen Bias entwickle, lieber zu viel zu löschen als zu wenig, denn zu viel zu löschen kostet schon mal kein Geld, zu wenig zu löschen kostet Geld. Und das ist das Problem, weil, ich meine, niemand, wir wurden natürlich da sofort wieder in Richtung der Hater gedrückt, niemand hat hier Interesse daran, dass irgendwelche Hassbotschaften im Internet und irgendwelche illegalen Tätigkeiten und irgendwelche Aufrufe zu irgendwelcher Gewalt, die irgendwelche Spinner andauernd da wieder reinschreiben, dass die bestehen bleiben, dass für uns auch keine, also was verboten ist, ist halt für uns auch keine Meinungsfreiheit. Aber das, was wirklich die Gesellschaft voranbringt, findet eben nicht in der Mitte der Meinung statt, sondern da am Rande, wo es eben, wo der Graubereich ist, wo eben auch mal ein Descent ausgesprochen werden muss, auch über Details, über die sich vielleicht eine Einigkeit herrscht. Und da möchten wir eben auch... Applaus Da wollen wir den Diskurs erhalten und das heißt nicht, dass wir irgendwie uns auf die Seite irgendwelcher Spinner bewegen, die mit diesem wunderschönen Internet echt nichts Besseres anzufangen wissen, als das, was wir da machen. Weil wir gerade noch diese Überschrift haben und dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz so oft als Facebook-Gesetz bezeichnet wurde. Wir müssen natürlich die Ironie dieser Situation, dass wir sehr oft darüber gesprochen haben und dann in der Anhörung auch eine sachverständige Meinung abgeben haben, die müssen wir schon mal herausstellen. Irgendwie so die ziemlich einzige Sub-Community, die es so gibt in unserer Gesellschaft, die diesen Unsinn nicht benutzt, sozusagen, muss ich hier sachverständlich äußern. Das ist so ein bisschen wie so ein... Also mir kommt manchmal vor, wenn man auf so ein Zoo blickt hier und dann... Also das hat schon eine gewisse Ironie, dass es eben im Chaos-Computer-Club und auch die sich als Freunde des Chaos-Computers-Verstehen halt eine sehr geringe Nutzerquote gibt. Das hat schon eine gewisse Komik. Ja, das hat alle tatsächlich am Ende nichts genutzt. Die Bundesregierung hat dieses... Und der Bundestag haben dann halt dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen. Das ist tatsächlich jetzt geltendes Recht und wird tatsächlich auch schon angewendet. Und wie toll dieses Gesetz ist, zeigte sich dann halt irgendwie wenig später. Das ist ein Exportschlager. Da hat dann Russland nämlich einfach mal genau dieses Gesetz kopiert. Und die Reporter ohne Grenzen, die das irgendwie entdeckt hatten, die meinten halt so, naja, das Problem ist halt, für Russland funktioniert das ganz prima. Also weil die können damit halt irgendwie ihre Zensur ganz hervorragend durchsetzen, genau mit dem Wording des Gesetzes. Das heißt also, da werden wir wohl wahrscheinlich in der nächsten Regierungsperiode nochmal drüber zu reden haben. Insbesondere wenn es dann halt vor das Verfassungsgericht geht. Ich meine, was man ganz klar nochmal herausstellen muss, das, was der Gesetzgeber da getan hat, ist anerkannt, dass unser Rechtsstaat, wie wir ihn haben und unsere Rechtsprechung, wie wir sie haben und wie sie funktioniert, im Internet nicht gilt oder nicht durchsetzbar ist. Das heißt, wir verabschieden uns von dem, was wir eigentlich als demokratische Grundordnung erkennen und gehen dazu hinüber, dass wir sagen, naja gut, im Internet, da können Richter nicht so richtig, das können wir nicht leisten, das können wir als Staat nicht machen, das muss jemand anderes tun. Und das ist etwas, das ist eine Bewegung, die erschreckend ist. Und das ist etwas, was wir vielleicht, wie schon gesagt, in Russland lässt es sich leicht durchsetzen und das haben wir hier jetzt auch. Vielleicht noch ein Satz zu... Vielleicht noch ein Satz zu Heiko Maas, weil wir ihn jetzt gerade gesehen haben, der Justizminister der Sozialdemokraten, von dem ich offengestanden hoffe, dass er in einer neuen Regierung, die sich bilden wird, diesen Posten nicht mehr einnimmt. Denn aus meiner Sicht ist dieser... Applaus ...ist dieser Minister natürlich auch verantwortlich zu machen, dafür auch jenseits der Debatte um das Netzwerkdurchsatzungsgesetz, dass die schwierige Austarierung, die es üblicherweise in bundesdeutschen Koalitionen gibt zwischen dem Innenministerium, insbesondere auch in Fragen der Überwachung und in Fragen der Grund- und Bürgerrechte, überhaupt keine Form von Äquilibrium herstellen konnte. Weil man sieht, mit welcher Durchsetzung das Bundesinnenministerium, über viele Projekte, über die wir jetzt im Anschluss noch reden werden, erfolgreich war gegenüber einem Justizministerium, was diese typische Ausgeglichenheit in keiner Weise mehr hergestellt hat, also kein Befürworter von verfassungsrechtlichen Grundsätzen mehr hatte. Dann bin ich insbesondere über diesen Minister schwer enttäuscht. Also da ist nicht nur, finde ich, da ist was verrutscht in Bezug auf die Normalisierung von Überwachungsmaßnahmen, dass gar nicht mehr darüber debattiert werden muss, ob Daten festgehalten werden, sondern höchstens noch darüber, wer darauf Zugriff nimmt. Das halte ich für eine fatale Entwicklung, da werden wir sicherlich in einigen Beispielen noch drüber sprechen, aber da ist für mich, Heiko Maas, auf jeden Fall auch ein Sinnbild für. Ja, eine Sache, die wir im Zuge der Diskussion natürlich bemerkt haben, ist, dass die werbefinanzierten Netzwerke sich versuchen, neue Regeln zu geben. Twitter ist da hier am starksten am rumrangieren. Und was sich da wieder zeigt, ist, dass es da halt nicht um einen Rechtsstaat geht. Nach den Regeln von Twitter, die momentan gelten, hätte Trumps Account lange zugemacht werden müssen. Wird natürlich nicht passieren, weil da haben sich dann halt noch irgendeine Ausnahmeklausel dazu gemacht. Die Ausnahmeklausel bezieht sich auf die sogenannte Newsworthiness, das ist quasi die Trump-Anomalie. Twitter hat zum Herbst darum gesagt, naja, wenn wir ganz klare Community-Regeln haben und jemand dagegen verstößt, indem er zu Gewalt aufruft, zum Beispiel zur Vernichtung eines Landes wie Nordkorea, dann seitet eine klare Hassbotschaft und würde gegen die Nutzungsregeln verstoßen, aber es hätte öffentliche Nachrichtenwert, weswegen man das trotzdem stehen lässt. Die Debatte bei Twitter bezieht sich aus meiner Sicht sehr viel stärker auf die US-amerikanische Diskussion und weniger auf die Diskussion hier in Deutschland um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber alle Plattformen haben natürlich in gewisser Weise auf politischen Druck reagiert und Maßnahmen ergriffen, auch YouTube, Facebook natürlich und Twitter. Bei Twitter ist nur diese Tatsache, dass sie den Nachrichtenwert, die nun verstoßen, Newsworthiness ausnehmen, natürlich einfach eine interessante, auch viel diskutierte Maßnahme geworden. Sie haben nun mal jetzt einen Präsidenten, denn das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch kennzeichnet für das Jahr 2017, der alle Regeln der Decency, die man im politischen Raum hatte, missachtet in einer Weise, wie die, glaube ich, keiner erwartet hat und der mich zumindest auch immer noch mit der Art, wie er politisch kommuniziert, überrascht und die aber gleichzeitig für Twitter, wo Trump eine riesen Werbefigur ist natürlich auch, auch international, ein Problem darstellt. Denn er verstößt ganz klar gegen die Community-Richtlinien, die sich selber gegeben haben in Bezug auf Aufrufe zur Gewalt und Hate Speech und natürlich auch so Fragen von Rassismus. Also man kann diese Regeln eigentlich ziemlich gut zusammenfassen. Das ist so, wir haben irgendwie keine Lust auf Hate Speech und Aufrufe zur Gewalt, außer es bringt viel Klicks, dann ist es okay. Im Übrigen auf Nachfrage hat Twitter mitgeteilt, dass die Regeln, die geändert wurden, in zwei Schritten, jetzt im Dezember nochmal in Bezug auf Gewaltaufrufe, auch um, da geht es auch noch nicht nur um textuelle, sondern da geht es auch um Symbole, wie zum Beispiel Tagenkreuz, die sie als symbolhaften Gewaltaufruf eben auch verbannt haben, hat Twitter nochmal gesagt, dass es also keinen Unterschied gibt zwischen Regeln in den USA und Europa, was natürlich gleichzeitig auch heißt, dass die Meinungsfreiheit, die stärker ist, im amerikanischen Recht natürlich damit auch ausstrahlt auf Europa. Also es gibt keinen Unterschied in den Regeln, weil der bei Facebook ein bisschen anders ist. So, verlassen wir jetzt die Werbenetzwerke? Bleiben wir noch bei den Werbenetzwerken? Einen muss ich noch, also was jetzt natürlich passiert ist unter dem Druck, dass die Zensur beziehungsweise auch die Entfernung von Hate Speech und ähnlichen Dingen auf den Unternehmen abgeladen ist und die quasi ja die privatisierte Rechtsdurchsetzung zu übernehmen haben, ist natürlich für die die Motivation sehr groß ist, weitgehend zu automatisieren. Und die tun jetzt halt eine Menge Geld rein, weil jeder Callcenter-Arbeitsplatz kostet irgendwie sehr viel mehr als irgendwie noch ein paar CPUs in irgendeinem Datacenter. Und daraus folgt dann eben, dass gerade insbesondere bei Bildern sehr viel mit automatisierten Erkennungen gearbeitet wird, was dann wiederum dazu führt, dass Diskussionen, die wir schon mal hatten und zwar so in den 90ern, da gab es irgendwie so, sind halt irgendwie viele Leute rumgelaufen mit so Aufnähern, mit durchgestrichenen Hakenkreuzen oder zerbrochenen Hakenkreuzen oder Hakenkreuzen, die in eine Tonne geworfen wurden. Also klare Statements gegen Nazis. Und diese Leute waren in der Regel die einzigen, die immer auftauchten in den Polizeistatistiken für Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, weil die tatsächlich insbesondere in Bayern und in Baden-Württemberg richtig Stress bekommen haben, weil es da einzelne Staatsanwälte gab, die halt irgendwie keine Punker mochten und dann losgegangen sind und ihre Polizisten angewiesen haben, solche Leute von der Straße zu fischen und wegen Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen ranzukriegen. Genau dasselbe passiert jetzt wieder bei Facebook und zum Teil auch bei Twitter, weil natürlich irgendwie ein Hakenkreuz ist eine Sache, wo man halt relativ easy einen Algorithmus darauf trainieren kann, den zu finden und dann wird halt erstmal entfernt. Und genau dasselbe Spiel haben wir gerade auch zum Beispiel bei Gruppen, die sich halt in Auseinandersetzungen mit der Türkei befinden, also zum Beispiel Kurden, deren Meinungsfreiheit auf den großen werbefinanzierten Netzwerken ist de facto nicht mehr vorhanden, weil sobald da irgendwo im Hintergrund ein Porträt von Öcalan oder eine Fahne von irgendwie einer kurdischen Organisation ist, die Türkei als illegal deklariert hat, wird dieses Video quasi automatisch entfernt. Das heißt also, was wir da haben, ist eine Entwicklung, bei der jetzt nun auch in Deutschland staatlich legitimiert, muss man klar sagen, staatlich legitimiert diese Konzerne zum definierenden Machtinstrument für, was darf man noch sagen und was darf man nicht sagen werden. Und das halte ich für eine absolut fatale Entwicklung. Ein schöner Punkt ist zu sehen, dass in dieser ganzen Fake-News-Debatte, die wir dieses Jahr hatten, wir auch in der Lage sind, mal etwas voranzuschreiten und Themen anzugehen, die die Politik über mehr als zehn Jahre, wie lange gibt es Facebook, seit 2004, seit sehr vielen Jahren verschlafen haben, die wir jetzt versuchen selber zu stemmen, damit da mal Bewegung reinkommt. Wir haben dieses Projekt Chaos macht Schule, was im letzten Jahr, glaube ich, erstmalig wirklich einen Vortrag hatte, der auch sehr breit angenommen worden ist. Die waren wieder da, ich habe den Vortrag nicht gesehen, habe aber gehört, der ist sehr sehenswert und wir haben Anfang des Jahres, das Ausgehen vom Chaos macht Schule-Team, aber wir haben uns da auch ein bisschen mit reingehängt, dann am Ende so Forderungen aufgestellt, wie eine moderne, digitale Bildung an Schulen auszusehen hat, weil das, was politisch passiert und wie man sich Bildung digital vorstellt, man hängt ein paar Smartboards auf, dass man den Lehrern vielleicht noch erklärt, wie die funktionieren, ist schon, naja, also üblicherweise hängen die da und man muss aufpassen, dass da nicht jemand mit Whiteboard-Markern dran geht. Und mal leere ausbilden ist schon gar nicht drin, vor allem auch die, die im Beruf sind und wir sehen da jetzt die Folgen einer verschlafenen Bildungspolitik und das ist das, was wir in der Fake-News-Debatte sehen, weil da gehört natürlich der Kontext zu, dass man mit Informationen, die man über das Internet aufnimmt, irgendwie umgehen muss und gelernt haben muss, was ist das eigentlich, also man muss irgendwie so ein Gefühl haben, ein Gefühl, wie wir es vielleicht bei Zeitungsmeldungen früher mal gehabt haben, dass man mal geprüft hat, na ist das, stimmt das jetzt, was da kommt, aber das Internet ist halt schneller und um dort anzusetzen, ist es natürlich wichtig, dass man auch in der Schulbildung anfängt und wenn man in der Schulbildung anfangen will, muss man in der Lehrerbildung anfangen und wenn man in der Lehrerbildung anfangen will, dann muss man irgendwelche Kultusminister dazu kriegen, dass sie auf Landesebene irgendwas mal entschließen und ich habe, seit Jahren rede ich auch mit verschiedenen, also wir haben ja immer so ein, es gibt auch so ein, ich weiß gar nicht wie der heißt, so ein Digitalisierungs-Bildungsschultag, was auch immer, da kommen dann immer irgendwelche Medien, fragen uns mal, ja was habt ihr denn dazu zu sagen und dann sagen wir ja, na die Politik muss mal aufwachen, die muss mal verstehen, es gibt dieses Internet und das Internet ist kein Thema, was sich irgendwie in Informatikunterricht pressen lässt, sondern das ist ein gesellschaftspolitisches Thema und das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, was in jedes verdammte Unterrichtsfach gehört. Und offensichtlich ist an der Stelle nicht angekommen, dass im Geschichtsunterricht natürlich Artikel aus dem Internet gelesen werden, dass man sich im Religionsunterricht irgendwie damit auseinandersetzen muss, was bedeutet das denn ethisch, auch im Ethikunterricht, vielleicht im Philosophieunterricht, was macht das denn mit Gesellschaft, im Sprachenunterricht, da benutzt man vielleicht Wörterbücher im Internet, also irgendwie, ich weiß nicht, wo die Vorstellung herkommt, dass man das in einen Unterrichtsfach oder in einen Medienkompetenztag packen kann und das reicht dann, das ist genug Internet für Schüler, mehr braucht man nicht. Was wir jetzt gemacht haben, ist diese Forderung mal aufzuschreiben, da gehört einmal so zu, dass man Schüler irgendwie erziehen möchte zu einer digitalen Mündigkeit, dass man hingeht und sagt, ihr müsst nicht vielleicht verstehen, wie der Chip funktioniert, aber so ein bisschen wie Programmieren funktioniert, das müsst ihr mal gesehen haben, was denn das Internet ist, wie das funktioniert, wie Inhalte fließen, das Integrieren in fächerübergreifende Strukturen ist wichtig, dass wir die Lehrkräfte vor allem an der Stelle stärken und irgendwie in die Lehrerbildung, in die Universitäten reingehen und das in die Lehrerbildung aufnehmen und dass die Schulen und auch die Politik sich an der Stelle Hilfe holt und die Chance nutzt, Menschen mit Schulen in Verbindung zu setzen, wie zum Beispiel unser Chaos macht Schule-Team, die unabhängig von irgendwelchen Unternehmen, die fertige Produkte an Schulen verkaufen und dort gleich ihre Werbung mit aufpacken. Große Konzerne, also in den USA ist es ganz gängig, dass die Schulen sich entscheiden zwischen Google und Apple, dass wir sowas in Deutschland nicht haben dürfen, sondern dass wir, dass uns klar sein muss, dass Digitalisierung etwas ist, was eine individuelle Entwicklung ist und wo wir aus kommerziellen Strukturen in der Schulbildung ausbrechen müssen. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit unserem Forderungskatalog zumindest mal den einen oder anderen Menschen erreichen und mal irgendwie einen Stein überhaupt ins Rollen bringen können. Ja, ich habe das ja gerade schon mitbekommen, ich bin ja ganz ergriffen. Chaos macht Schule ist für mich auch so ein Projekt, was ich irgendwie mit großer Bewunderung irgendwie jedes Jahr wachsen sehe und mir gleichzeitig die Frage stelle, was ist das, dass wir 2017, muss der Chaos Computer Club noch selber seine ehrenamtlichen Leute, und das sind viele, die da ihre Freizeit drauf geben, um in die Schulen zu fahren, um da mal einen Medienkompetenztag zu machen, dass das überhaupt noch von unseren ehrenamtlichen, großartigen Menschen geleistet werden muss. 2017, ja, wir haben Diskussionen darüber im vergangenen Jahr gehabt, ob an den Schulen jetzt tatsächlich die Entscheidung getroffen werden soll, dass man die Existenz des Internets vor den Schülern und Schülerinnen nicht mehr verheimlicht, ja. Und dann wird, dann, das ist Realität. Und dann tritt dieser Philologenverband da hervor und sagt, nee, die sollen mal lieber ein Buch in die Hand nehmen, ja. Und man fragt sich, wenn diese Schulen, die wir da ja betreiben, die leisten wir uns als Gesellschaft ja nur, um irgendwie auch von zukünftigen Generationen irgendwie, sag ich mal, wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft heranzuziehen, die irgendwie mit uns weiterbringen können, ja. Und vor denen das Internet zu verheimlichen, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee überhaupt kommen kann, da nicht sofort ab der ersten Klasse das zu machen, was Chaos macht. Schule seit Jahren in mühseliger, aber auch hochmotivierter und irgendwie geiler freiwilligen Arbeit leistet. Aber das ist nicht der Sinn von Ehrenamt, dass wir irgendwie dahinter herkehren, wo unsere Politik seit Jahrzehnten versagt. Aber danke, Chaos macht Schule und macht bitte weiter. Wir brauchen euch. Also, ich möchte das nur zusammenfassen. Es ist bitter zu sehen, also seit letztem Jahr ist das ja richtig abgegangen bei Chaos macht Schule. Die haben richtig jetzt Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist bitter zu sehen, dass Chaos macht Schule in einem Jahr tausendmal mehr schafft, als unsere Bildungspolitik in den letzten 14 Jahren. Ich würde vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen wollen, dass Chaos macht Schule trotzdem nicht alleine ist. Also, wer immer auf so einem Jugend-Takt-Event war, was irgendwie großartig ist oder auch die Coda-Dojos. Coda-Dojos. Danke schön. Oder auch die vielen Krypto-Partys. Es ist ja mittlerweile auch eine ganze Szene, die sich regelmäßig organisiert. Es ist ja auch eine Form von Erwachsenenbildung, wo sich Leute informieren wollen. Denn da ist jenseits, manchmal mit staatlicher Hilfe, aber auch nicht immer, eine ganze Szene gewachsen, die sich einem offenkundig bestehenden Problem widmet. Und da sind wir auch ganz froh, dass gestern der Vortrag, den wir jedem empfehlen können, den Chaos macht Schule hier gemacht hat, auch so viel Anklang gefunden hat und die also auch eine Menge Feedback bekommen haben. Man sollte halt nicht vergessen, dass die Planung für solche Bildungsdinge in den Bildungsbürokratien von denselben Leuten gemacht wird, die fanden, dass man im Informatikunterricht primär die Bedienung von Microsoft-Produkten lernen sollte. Da war ich, als ich zum ersten Mal das sah, war ich doch sehr entsetzt. Also um nochmal das Ausmaß hier, das Ausmaß ist folgendes, das Zeitfenster in der Entwicklung der Menschheit, wo es Menschen gab, die die ersten Personal Computer haben konnten und die ersten Internetanschlüsse und diese Entwicklung der Geräte zu solchen hier noch miterlebt haben. Und die vielleicht die Möglichkeit hatten, das zu verstehen, wie die zusammen interagieren, wie die zusammenarbeiten, wie es für viele von euch hier völlig normal ist, diese Entwicklung auch gesehen und in ihrer Entwicklung gesehen zu haben, wo das alles mal herkommt, wie überhaupt so ein Computer funktioniert. Dieses Zeitfenster ist winzig klein und die kleinen Menschen, die jetzt gerade nachwachsen, die kriegen einfach so ein leuchtendes Brett in die Hand und wischen darauf rum. Und denen muss das erklärt werden, was das ist, damit die nicht irgendwie mit diesen magischen Brettchen einfach nur noch in Zukunft über diesen Planeten meandern. Und wir alle Macht bei den Leuten haben, die diese eingeschränkten Geräte für sie programmieren. Das geht so nicht. So, kommen wir aber mal wieder zu den Chaos Computer Club Kernkompetenzen. Das ist und bleibt das Hacken. Die anderen, die die Geräte manipulieren. Nein, Hacken ist und bleibt unser täglich Brot, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir sind ein Hacker-Verein, wir werden ein Hacker-Verein bleiben und wir hacken andere Hacker, in dem Fall den Staat. Staatstrojaner, langes Thema für den Chaos Computer Club. Wieder so eins, wo wir uns über Jahre einbringen, wo wir aber auch über die Jahre zermürbt und zerrieben werden. Dieses Mal mit einer Einladung zur Stellungnahme, die mich erreichte am 31. Mai 2017. Nee, da war die Stellungnahme. Mich erreichte die Einladung am 29. Mai. Ich möge doch bitte am Mittwoch, den 31. Mai, zur Anhörung eines Gesetzentwurfes zur Änderung des und so weiter, Bundestagsdrucksache, lange Geschichte. Da ging es darum, dass in einer langen STPO-Novelle, die seit Jahren quasi in den Justizausschüssen des Deutschen Bundestags diskutiert wurde, jetzt noch kurz auf den letzten Drücker eine umfassende Staatstrojaner-Regelung rein sollte. Diese Änderungen haben die in dem Moment aus dem Hut gezaubert, als im Prinzip fraktionsübergreifend man sich einig war, dass das jetzt über viele Jahre die STPO-Novelle ist, die man haben wollte. Wo alle sagten, okay, wunderbar, das Ende der Legislaturperiode näherte sich und es war klar, das Ding müssen wir jetzt entscheiden, sonst ist es vorbei. Also Bundestagswahl drohte, ja. Und in dem Moment... Zur Erklärung, STPO ist die Strafprozessordnung und die regelt, was Ermittlungsbehörden tun dürfen, nur als Erklärung. Sie haben sich also lange darüber auseinandergesetzt und kurz im Mai, so im letzten Moment, wo alle sagten, ah, jetzt machen wir noch eben STPO-Novelle, zieht das Justizministerium eine Formulierungshilfe aus dem Hut und reicht sie herab in den Bundestag, auf das dann bitteschön das Gesetz entsprechend formuliert wird. Finde ich auch super, dass die Exekutive hilft dabei, hilft der Legislative freundlich, das ist doch schön, in Form einer Formulierungshilfe. Naja, für uns hieß das dann, Last-Minute-Einladung zur Stellungnahme, selbstverständlich nehmen wir diese Gelegenheit dankend an. Nur damit ihr mal seht, wie sowas formuliert ist, also die Einführung eines Staatszugang, das sieht dann so aus wie... Also das Gesetz selber ist in §100f Absatz 4 werden die Wörter §100b Absatz 1,4 Satz 1 und §100d Absatz 2 gelten. durch die Angabe §100b Absatz 1,5 Satz 1 gilt ersetzt. Ja, und das ist dann, dann darf man sich jeden einzelnen dieser Dinge anschauen und muss dann nochmal quasi sich diese Sätze zusammenpasen und sagen, was bedeutet das dann. Also diese Einführung von neuen Grundrechtseinschnitten werden da wirklich als Diff geliefert, damit es auch wirklich kein Mensch im Kontext verstehen kann. Also ausschließlich als Diff, also es gibt halt sozusagen, man muss sich alles wieder selber zusammenbauen. Es gibt einen Diff mit Kommentar. Und das Problem dabei ist halt, dass der, also nicht mal die Abgeordneten blicken es halt komplett. Und an dieser Stelle war es halt so, dass als wir dann mitbekamen, dass diese Formulierungshilfe da kursiert, sind wir natürlich losgegangen zu den politischen Parteien und gesagt, so hier, was denn hier los ist, das könnt ihr doch unmöglich ernst meinen. Also ich meine, wir machen das ja nur schon eine Weile so. Und typischerweise ist es halt so, dass solche Gesetzesvorhaben kursieren halt eine Weile. Dann gibt es einen Referentenentwurf, dann wird da diskutiert. Dann holen sich die Parteien nochmal so informell so ein bisschen Meinung. Dann gibt es möglicherweise noch eine Anhörung und so weiter. Und das war jetzt halt so ein Ding, was echt so eigentlich so US-amerikanischer Stil ist, wo sie nochmal so kurz vor Schluss nochmal so auf der Hintertür quasi nochmal ganz schnell eine vollständige Änderung des Inhalts des ursprünglichen Gesetzes reingebaut wird. Und da war es dann aber tatsächlich so, dass die Sozialdemokraten haben den Diskurs verweigert. Die haben gesagt, nö, da reden wir nicht drüber. Ja, vor allen Dingen hat das Justizministerium dem nichts entgegengesetzt. Was heißt entgegengesetzt? Von denen kam die Formulierungshilfe, ja? Also was da passiert ist, ist also tatsächlich eine der schlimmsten Vorkommnisse in der parlamentarischen Demokratie, die wir in den letzten paar Jahren gesehen haben. Linus erwähnte am Anfang ja, wir streiten uns über diesen Staatstrojaner zehn Jahre lang. Wir erinnern uns, wir haben zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Staatstrojaner. Einmal mit einem neuen Grundrecht, nämlich, dass der Staat zu gewährleisten hat, dass unsere Geräte integer und vertraulich sein müssen. Und ein zweites Urteil zum BKA-Gesetz. Immer in diesen zehn Jahren war vollkommen klar, dass das staatliche Hacken in einem Terrorismuszusammenhang steht. Das steht natürlich auch so im BKA-Gesetz drin. Was wir hier aber haben in der Änderung der Strafprozessordnung, ist die mit Abstand größte Ausweitung des staatlichen Hackens, und zwar auf einem Bereich, der mit Terrorismus gar nichts mehr zu tun hat, sondern Dutzende andere Straftaten umfasst, wie etwa eine Urkundenfälschung, Hehlerei, Betäubungsmittelgesetz. Also das ist eine Ausweitung, die hätte unbedingt gesellschaftlich intensiv debattiert werden müssen, ob wir für Dutzende Straftaten staatliche Attacken erlauben wollen. Stattdessen haben wir das hintenrum in einen ganz anderen Gesetzentwurf hineingeschleustert. Das Justizministerium hat nicht auf unsere Bürgerrechte gepocht. Und sie haben den Sachverständigen, die dazu mal eine Meinung abgeben können, irgendwie ein Zeitfenster gegeben, was lächerlich ist. Und sie wollten auch nicht zuhören, was die Sachverständigen zu sagen haben. Ich halte das für einen Dammbruch sondergleichen in Bezug auf die Erlaubnis, unsere Computer zu hacken. Also ich meine, diese Ausweitung ist... Ich höre schon auf. Nur nochmal, um das zu betonen, jahrelang kamen sie und sie sagten, Hacken, ganz schlimm, Intimsphäre, nur bei ganz schlimmen Terroristen. Kein Zusammenhang mehr. Und das dürfen wir uns auch von denen nicht erzählen lassen. Und selbstverständlich freuen wir uns darauf, dass in Karlsruhe diese nötige gesellschaftspolitische Diskussion nachgeholt werden wird. Denn dagegen wird es Verfassungsbeschwerden geben, mehrere. Aber wir lassen es ja mit uns machen. Haben dann in anderthalb Tagen Zeit 20 Seiten formuliert. Konstanz und Frank haben mich da sehr viel unterstützt. Wir gehen zwar davon aus, dass, weil natürlich alle unsere Stellungnahmen immer auch auf ccc.de stehen, ihr die alle gelesen habt, aber falls ihr sie nicht mehr so genau in Erinnerung habt, wir haben natürlich inhaltlich neue Schwerpunkte gesetzt. Denn die IT-Welt hat sich verändert. Wir haben früher sehr intensiv über die Intimsphäre, die wir auf Geräten haben und die man nicht hacken sollte gesprochen, über den Bereich, der als höchstpersönlich gilt. Aber mittlerweile hat sich auch die Welt verändert. Wir haben vier Jahre Snowden hinter uns. Wir haben sehr viel mehr geschrieben über die Fragen der IT-Sicherheit und was eigentlich ein Staat macht, wenn er in diesem Markt, der einer ist, wenn wir über Exploits und über den Handel von Sicherheitslücken reden, wenn er sich dort mit unseren Steuergeldern einmischt. Das ist ja auch eine Form von ökonomischer Inzentivierung. Also wir haben, glaube ich, ganz andere Schwerpunkte gesetzt, als wir in den vorangegangenen Stellungnahmen versucht haben zu setzen. Ich denke, das Feld hat sich erweitert. Und ich denke, zumindest das ist auch, wenn wenig Zeit war, gelungen, würde ich sagen. Also die Debatte ein bisschen zu verändern, worüber wir eigentlich heute streiten. Noch mal so kurz zu diese Hütchenspielertricks. Die werden also nicht nur mit uns gemacht. Hier, das ist das Anschreiben der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff, die damit ihre Stellungnahme übermittelt an den Ausschuss und die Ausschussvorsitzende. Sie sagt, leider hat es das Bundesjustizministerium unterlassen, mich zu dem mit der Formulierungshilfe eingereichten Änderungsantrag zur Einführung einer Quellentele-Kommunikationsüberwachung und einer Online-Durchsuchung in der Strafprozessordnung zu beteiligen. Von dem Vorhaben habe ich erst am 17. Mai 2017 durch Medienberichte erfahren. Die Bundesdatenschutzbeauftragte erfährt dadurch auch durch Medienberichte. Das Medium war Netzpolitik.org, denn dort ist dieser Gesetzesentwurf geleakt worden. Angesichts der erheblichen datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken ist diese Verfahrensweise für mich nicht nachvollziehbar. Wegen der kurzen Zeitspanne, die mir für die Prüfung zur Verfügung stand, muss ich mich leider auf einige wenige Eckpunkte beschränken. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Immerhin haben wir überhaupt mal eine Wortmeldung von den stärksten Worten, die unsere Bundesdatenschutzbeauftragte wohl finden konnten. Wir waren ganz überrascht. Also immerhin hat sie überhaupt eine Form von Kritik geäußert. Das ist ja sonst nicht so häufig. Also man kann sogar sagen, es war so schlimm, dass sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte was gesagt hat. Wir haben ja ungefähr schon gesagt, dass wir das für einen mittelschweren Skandal halten. Nö, für einen schweren. Für einen schweren Skandal. Aber am Ende darf man sich natürlich dann auch noch verarschen lassen. Genau. Aber echt mal, also die CDU stellt sich hin und macht sich da irgendwie noch lustig. Wie viel mehr geht es noch? Ich weiß nicht, wie, also das ist natürlich auch eine verhohene Pieplung aus meiner Sicht des ganzen parlamentarischen Prozesses, der ernsthaften Argumente, die vorgebracht wurden. Und dann hatten sie nicht mal die Eier diesen Tweet stehen zu lassen und haben ihn gelöscht. Wo ich so denke, Mann, ich meine, ich weiß nicht, was die CDU in Deutschland für eine Marketingabteilung hat. Jedenfalls keine besonders gute. Aber Erdgeist hatte eine tolle Antwort. Applaus Was man dazu noch sagen muss, wir reden ja hier so von Ende Mai, ne? Und das heißt also, da war so die Zeit, wo allen Parteien so klar war, so September, Bundestagswahl, der böse Cyber-Russe droht und die sich halt alle ganz schön doll ins Hemdchen gemacht haben mit dem, an dem Gedanken irgendwie, dass möglicherweise ihre E-Mail-Verkehre, so wie die von Hillary halt irgendwie gehackt und geleakt werden konnten und so weiter. Und das Faszinierende daran war, dass die den Zusammenhang zwischen ihr wollt ja gerade einen Staatstreuer oder beschließen und habt auf der anderen Seite Angst davor, dass euch der Russe Cybert nicht sehen wollten. Das war, passte irgendwie nicht zusammen. Das war irgendwie keine, war nicht dieselbe Kategorie offensichtlich. Mai war übrigens auch der Wanna-Cry-Monat, ne? Der Wanna-Cry-Monat Mai. Und das haben wir auch nicht in Connect gekriegt. Naja, dazu kommen wir noch ein bisschen. Aber jedenfalls haben Sie die Debatte versucht, von diesem Beschluss wegzudrücken. So richtig gelungen ist Ihnen das nicht, aber dazu kommen wir noch. Vielleicht wollen wir erwähnen, natürlich hat dieses elende Beispiel gleich noch Schule gemacht. Denn wir haben in mehreren Bundesländern in den Bundesländern Initiativen auch in Landesgesetze Staatsfreude reinzuschreiben. Und es hat sehr gefreut, dass in Hessen sich eine ganze Gruppe von verschiedenen regionalen Kreisen des CCC zusammengetan hat, um A zu informieren auf der Seite hessentreuander.de, wo wir auch, also normalerweise, dieses Presseteam des CCC hat ja sehr häufig eher zu tun mit der Bundespolitik. Aber wir fanden es großartig, dass wir da ganz toll zusammenarbeiten konnten. Also auch Themen, die eigentlich sozusagen das Bundesland betreffen, dann versucht haben, mit einer Pressemitteilung zu unterstützen. Und wir werden uns auch daran beteiligen in Zukunft, denn am 8. Februar wird dazu eine Anhörung stattfinden. Wir werden da auch nochmal eine schriftliche Stellungnahme abgeben, sozusagen zu gucken, dass es nicht plötzlich in den Bundesländern quasi wie Metastasen bildet und immer mehr Staatsfreude in einzelne Landesgesetze kommen. Denn letztlich, jemand muss ja da auch rechtlich sozusagen hinterherfegen, indem er mit etwa Verfassungsbeschwerden dagegen vorgeht. Und wir haben ja auch nicht unendliche Kapazitäten. Insofern muss man aufpassen, dass das nicht in diese Bundesländer ausstrahlt. Das haben wir versucht und die Hessen sind da auch tierisch aktiv. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, wir müssen uns etwas beeilen. Ich werde sehr schnell etwas sozusagen, sehr wenig dazu sagen. Es war eine Debatte, die ist bei der Republika in Berlin, wo sich der noch amtierende Innenminister Thomas de Maizière eine Debatte gestellt hat. Und ihr wisst ja, das ist der Minister, der in seiner ersten Amtszeit die netzpolitischen Dialoge gemacht hat. Erinnert ihr euch noch? Er wollte doch zugehen auf diese Internet-Community. Ist natürlich alles vergeben und vergessen. Auch die Papiere, die damals in den netzpolitischen Dialogen zustande kamen, die ja durchaus eine etwas abgewogene Sicht auf die Regulierung im Netz hatten, sind natürlich irgendwie nichtig. Er hatte sehr stark seine, also erstmal hat er einen sehr einschläfernden Vortrag vor der kurzen Diskussion geliefert. Aber er hat sich durchaus schon auch der Diskussion gestellt über die Normalisierung der Überwachung, die er zu verantworten hat. Über die wir teilweise schon gesprochen haben, der Staatsräger Nawal noch nicht, aber insbesondere die Vorratsdatensprechung, die ja in seine Amtszeit fällt, aber auch die Biometrie, also der Abruf unserer biometrischen Daten. Aber generell auch so diese, wie wir darüber reden, dass wir Daten standardmäßig einfach mal festhalten. Und wie sehr er auch diese Agenda gepusht hat. Also er hat sich immerhin gestellt, aber ich persönlich habe diese Diskussion als wenig fruchtvoll empfunden. Mir fehlt ohnehin, das liegt vielleicht auch in einer großen Koalition, wo regelmäßig die politische Diskussion schwächer ausfällt. Mir fehlt dieser Wiederhall, weil sich ja schon innerhalb der Koalition auch wenig gestritten wird. Und dann ist der öffentliche Diskurs natürlich auch in der Regel schwach. Möglicherweise haben wir ja eine Änderung mit der neuen Regierung, denn wir haben ja nur noch Schwarz-Rot und keine große Koalition mehr. Wollen wir mal sehen, oder? Mal gucken. Also ich meine, ich bin da jetzt natürlich auch nicht, ja, Marik, ja auch nicht begeistert, wenn der Oppositionsführer heißt jetzt AfD. Also da wird sich die politische Diskussion sowieso noch mal ändern. Man muss sich schon klar machen, dass viele der Überwachungsprojekte mit der Flüchtlingskrise verbunden wurde auf eine drastische, fiese Weise in die Darstellung, dass die Flüchtlinge, die hierher kommen, irgendwie alle mit Mitteln des Strafrechts behandelt werden müssen. Fand ich unfassbar dreist. Und da hat sich die Politik der etablierten Parteien natürlich von diesem AfD-Diskurs einfach überwältigen lassen, wogegen wir arbeiten müssen. Das wird natürlich, glaube ich, nicht besser werden. Applaus Aber damit wir nicht so furchtbar negativ sind, kommen wir zu ein paar positiven Sachen und wollen eine Beispielhaft, eine Broschüre hervorheben, die vom TCC Schweiz kommt, die unglaublich oft runtergeladen würde und einfach so ein typisches Beispiel dafür ist, dass es einen großen Bedarf gibt, auch wenn die Überwachungsdiskussion in der Politik nicht so stattfindet, sich selbst in diese digitale Mündigkeit, der Begriff kommt ja bei Chaos, macht Schule häufig vor, zu begeben. Und die wollen wir auch gerne nochmal empfehlen, obwohl die schon sehr viele geklickt haben. Man kann sich die runterladen in Kooperation mit der Schweizer Wochenzeitung. Und wir hoffen eigentlich, dass so eine Angebote, die vom TCC kommen und auch sozusagen ein technisches Know-how in einer verständlichen Form wiedergeben, dass wir so etwas weiter anbieten können. Und also vielen Dank an den Schweizer TCC für diese sehr viel geklickte Broschüre. Applaus Ich weiß nicht mehr, ob ihr das auch so könnt. Ihr könnt sehr viel schneller reden, wenn uns die Zeit wegläuft. Also einer der Dinge, die wir immer nicht vergessen dürfen bei all dem ganzen Elend, was wir jetzt irgendwie in den letzten Folien referiert haben, ist ja, dass man bei dem Protest dagegen durchaus auch Spaß haben muss. Sonst wird es ja langweilig. Und eine der schönsten Aktionen dieses Jahr waren die Dinge, die in Berlin-Südkreuz stattfanden, wo die Bundesregierung ja gerade versucht, Kameraüberwachung mit automatischer Gesichtserkennung im Alltag und in Bahnhöfen zu normalisieren mit einem Feldversuch. Das heißt also, da hängt halt eine Reihe von Kameras und die Kameras werden in verschiedene Gesichtserkennungssysteme eingespeist. Und da gibt es halt so ein paar Freiwillige, die haben ihre Gesichter registrieren lassen. Und dagegen gab es dann halt eine sehr schöne Protestaktion, die, also eines meiner Highlights dieses Jahr war so, also es gab mehrere tatsächlich, wo Menschen dann halt mit sehr vielen verschiedenen Gesichtsverschleierungen und Gesichtsmaskierungen und auch entsprechenden Protestschildern unterwegs waren. Man sieht es leider nicht so toll auf den Bildern, aber wir hatten diverse, ich glaube, also es sind zwei verschiedene Tage, es gab verschiedene Proteste. Wir hatten an dem Ehentag so fünf Kinder oder so, die kamen so in, wie heißt denn der mit den, Spider-Man? Mit einem Spider-Man-Kostüm mit Gesichtsmaske. Also wir hatten auch Kids dabei, die sind leider nicht so, nicht alle zu sehen. Es war ziemlich groß, ein richtiger, bunter Protest. Und wir kamen gerade in die Pause, wo demensierer noch nicht zu den Pressedeuten gekommen war, denn der war ja zweimal vor Ort. Zweimal hat er sein Prestigeprojekt persönlich besucht. Und so standen die Kameras rum und hatten nichts zu tun und wir sind einfach immer diese Rolltreppe runtergefahren, war so ein großer Spaß. Ich glaube, ich glaube, das hat die, die, also ich glaube, das braucht man manchmal auch ein bisschen, um nicht irgendwie in so ein Motivationsloch zu fallen, denn gerade dieses Projekt, von dem unser Innenminister wie selbstverständlich mehrfach in die Kamera gesagt hat, dass er es nicht nur flächendeckend wünscht, sondern auch, obwohl er da schon, also nur noch sozusagen amtierender Minister war, auch mit den Ländern ins Gespräch kommen will, um nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder flächendeckend einzuführen. Und ich finde auch, die politische Kommunikation hier, dass er also die normale Videoüberwachung mit einer Gesichtserkennung und Personenüberwachung gleichsetzt, die angeblich von der Bevölkerung gefordert wurde, halte ich für sehr schwierig. Und die Informationspolitik hat sich extrem gewandelt. Ich glaube, das war mein allererster Kongress, wo ich mal hier saß, mit Starbuck, und wir die erste große Biometriestudie analysieren konnten und die inhärenten Schwächen dieser biometrischen Technik in Bezug auf die Erkennung. Aber da gab es noch eine Informationspolitik. Wir konnten die Studie immerhin lesen. Wir konnten die Zahlen sehen, auch wenn einige Anhänge nicht veröffentlicht wurden. Jetzt war es so, dass sich der Minister nach ein paar Monaten dahinstellt und sagt, das war von nur so um die 70 Prozent und mehr. Es gibt keine Zahlen. Und er hat offenkundig, wenn man sich die Statements, die er da gemacht hat, ansieht, auch viele technisch nicht so verstanden und sich auch keine Mühe gegeben, das konkret darzustellen. Das heißt, zu kritisieren, wird sehr viel härter, wenn man die Ergebnisse der Studie nicht bekommt. Und die Informationsfreiheitsanfragen liefen monatelang, bis das Innenministerium zehn Kilo Papier schickte, wo aber die wesentlichen Elemente, die wir eigentlich wissen wollten und übrigens auch die Kosten, mal wieder verschwiegen werden. Das ist natürlich auch eine Diskursverweigerung, wenn man die Daten, die dort tatsächlich erfasst werden, nicht nachvollziehen kann, sondern nur so ein paar Zahlen kriegt, die der Minister oder in der Pressemitteilung des Innenministeriums dann angibt. Halte ich für inadäquat. Wir müssen fordern, dass wir die Daten sehen. Ich meine, sonst kommen wir in so eine komische Trump-Propaganda-Zeit, wo die immer irgendwas sagen und niemand kann es nachprüfen und wo sie versuchen, mit den obskursten Argumenten IFG-Anfragen zu blockieren. Einmal nationale Sicherheit, hier auch noch fiskalische Interessen, denn da sind ja auch Privatfirmen dabei. Also ich denke, da müssen wir uns auch strukturell wehren gegen diese Verweigerung. Ich glaube, ich wirke etwas verbiestert, aber wir hatten durchaus auch Spaß bei diesem Protest. Das war dich nur dauerempört. Also diese Verweigerungshaltung, dieses irgendwie, wir sagen euch nichts mehr und wir versuchen halt irgendwie die etablierten Methoden der öffentlichen Wahrheitsfindung und Meinungsfindung zu unterbinden, fand dieses Jahr eines der Großprojekte davon ab dem Abschluss, nämlich der NSA-Untersuchungsausschuss. Wir hatten ja gestern den Vortrag mit Ströbele. Ach, wir haben was vergessen. Das muss ich unbedingt nachholen zu Südkreuz. Nur weil wir zu wenig mitbekommen haben, die EID-Gesetz. Kommt auch noch. Oh, Verzeihung. Mach weiter, als hätte ich nichts gesagt. Ja, also dieser BND-Untersuchungsausschuss, also der NSA-BND-Untersuchungsausschuss, zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie primär nicht so viel gesagt haben und alles, was irgendwie da sinnvoll bewegt wurde, war im Wesentlichen aus Medienberichten, also sprich als Notendokumenten. Und ich glaube, dieser Stil halt möglichst zu mauern, möglichst nichts zu sagen, möglichst sich zu verweigern, der zieht sich jetzt halt gerade auch so beim Innenministerium und alle möglichen anderen Dinge durch. Naja, zwei Sachen dazu vielleicht. Zum einen, ich empfehle jedem die Lektüre dieses riesenlangen Ausschussberichtes und bei Netzpolitik gibt es auch eine ungeschwärzte Variante. Zum einen, weil die Fakten zum einen, weil die Fakten tatsächlich ziemlich akkurat zusammengetragen sind. Zwar nicht in allem nachvollziehbar, weil ja auf einige verwiesen wird, was geheim ist, aber dennoch ist es, denke ich, eine gute Grundlage, um sich zu informieren. Und zum anderen, glaube ich, auch die Protokolle, die haben, und auch, wie man jetzt sieht, hier das Bild von Merkel als Zeugin, die haben natürlich dafür gesorgt, dass sie trotzdem, obwohl es so lange lief, noch eine Aufmerksamkeit gab. Wir sollten uns glauben, und das hat Hans-Christian Schröble gestern auch sehr deutlich gemacht, aus meiner Sicht nicht damit abfinden, dass es letztlich Konsequenzen losbleibt und dass die, sowohl die Sozialdemokraten wie auch die Christenunion sich hinstellen und einfach sagen, Massenüberwachung? Nö, ist ja nicht. Also ich denke, da sollten wir nach wie vor gegenhalten. Und ich will ein Beispiel erzählen in dem Zusammenhang, womit es noch deutlicher wurde. Denn eine Folge der Snowden-Veröffentlichung und der Massenüberwachung ist ja auch, dass es Fälle gibt vor dem Europäischen Menschengerichtshof. Die wurden zusammengefasst in mehrere. Und ich bin eine der Beschwerdeführerinnen. Und was mir auffiel, da gab es eine mündliche Anhörung, was uns sehr gefreut hat. Denn damit gab es eine hohe Medienaufmerksamkeit. Und ich habe auch keine Zweifel, dass Gericht in unserem Sinne entscheidet. Denn sie haben sehr viel kritische Fragen gestellt. Aber was mir auffiel an der Argumentation der britischen Regierung, die dort mit einem Vertreter war und darüber gesprochen hat, wie sozusagen diese Massenüberwachung gerechtfertigt ist und wie die Regeln sind, des Zugriffs zum Beispiel, und wie die Regeln der Genehmigungserteiligung, die haben eine ganz andere Argumentation gefahren in Bezug auf Massenüberwachung, die ganz sicherlich auch bei uns kommen wird. Nämlich überhaupt nicht mehr über das Festhalten der Daten zu reden und auch über diese Heuhaufen-Ideologie hinaus zu gehen. Also dass man, wie das aus dem US-amerikanischen Diskurs bekannt ist, dass man so alle Daten aufhäufen muss, um die Nadel zu finden. Sondern die haben einen Zusatz gemacht. Der hat gesagt, mehrfach hat er gesagt, wir brauchen einen größer werdenden Haufen schon deshalb, weil wir ja auch eine Mustererkennung machen wollen. Also mit den Daten sehr viel weiter arbeiten wollen. Also nicht nur sozusagen gehen hinaus über diese Nadel finden. Das fand ich schon sehr interessant, wie offensiv die ihren Ansatz der Massenüberwachung vertreten haben. Das wird sicherlich keinen Bestand haben und zu meiner Überraschung, wir haben nicht so viel Zeit. Zu deiner Überraschung haben wir nicht so viel Zeit. Da könnte man noch sehr viel mehr zu sagen. Auch davon gibt es eine Aufzeichnung und man kann sich darüber informieren und wir werden auch darüber informieren, wenn es weitere Schritte gibt. Das Urteil wird aber noch ein paar Monate dauern. Ich habe aber keine Zweifel, dass es zumindest teilweise gegen die Europäische Menschenrechtskonvention ja einfach aus geoffertes Gründen der Menschenrechtskonvention rechtswidrig sein wird. Ja, eine schöne eine schöne Illustration, was passiert, wenn die Geheimdienste so vor sich hin unbeobachtet im Dunkeln weiter wirtschaften, kam dann halt ja auch relativ bald, nämlich WannaCry. Hier sehen wir Symbolbild Intensivstation. So werden da heute die Vital-Signale von den Patienten zentral erfasst und begutachtet. Ist natürlich blöd, wenn man sich da eine Krypto-Locker einfängt, der nebenbei mit dem NSA-Exploit noch deine SMB-Shares aufmacht und sich durch dein Netzwerk frisst und dafür unter anderem in Deutschland sorgt, dass die Bahnanzeigen dann nicht mehr so gut zu lesen waren. Aber Sie haben die Tafeln wieder ausgepackt, die Holztafeln. Sie haben in Frankfurt die Holztafel wieder ausgepackt und in einer wunderschönen Handschrift da dann hingeschrieben, der nächste Zug fährt nach und dann so schön, also es war wirklich eine ganz feine Schrift. Es war nicht alles schlecht mit WannaCry. Ärgerlich natürlich, bleiben wir nochmal bei den Krankenhäusern. Angefangen hat diese, oder zum ersten Mal aufgefallen, die ersten Presseberichte kamen aus Großbritannien oder zumindest ereilten mich aus Großbritannien, wo Krankenhäuser getroffen wurden, wo Krankenhäuser auf einmal wieder mit Stift und Papier oder Kreidetafel arbeiten konnten. WannaCry hat interessanterweise zugeschlagen in sowas wie Krankenhäusern, sowas wie Logistikunternehmen, sowas wie Produktionsanlagen und die haben natürlich alle eine Gemeinsamkeit, diese Softwareanwendungen und zwar, dass es sich dabei um Nischensoftware handelt. Also Nischensoftware bezeichne ich oder bezeichnen wir Software, die einen sehr spezifischen Anwendungsbereich hat, für spezifische Kunden geschrieben wird, von kleinen oder mittelgroßen oder wie auch immer Softwareunternehmen, quasi hoch individualisierte Lösungen, die für einen kleinen Anwendungsbereich geschrieben werden. Also was weiß ich, der Rechner, der an so einem MRT-Scanner hängt. Und die haben natürlich immer dann enorm hohe Anforderungen an den Betrieb, so eine Gelddruckmaschine wie ein MRT-Scanner, die will natürlich auch jeden Tag an sein. Gleichzeitig kann man die halt einfach auch nicht mal eben ausschalten und jedes Update da drauf fahren. Wir haben eine geringe Kundenbasis, eine hohe Betriebsrate und deswegen werden diese Geräte nicht andauernd geupdatet. Kann man auch gar nicht, weil diese Softwarehersteller natürlich auch sagen, okay, wir haben diese Software geschrieben, wir übergeben die euch und wir sagen, betreibt die bitte auf einem Windows XP und wir sind nicht in der Lage, jetzt mal eben, nur weil Windows XP End of Life ist, unsere Software zu portieren, damit ihr den MRT-Scanner auf einer anderen Ebene fahren könnt. Das ist nicht End of Life, das ist End of Patches. End of Patches, ich will gar nicht, also ich will einfach nur, das Problem ist einfach da und damit kann man jetzt, kann man eben dann auch umgehen, ja, oder damit muss man umgehen. Also man kann sich jetzt nicht einfach nur hinstellen und sagen, na, 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 die Krankenhäuser waren doof, die haben ihre Geräte nicht geupdatet. Interessant ist aber die Schwachstelle, die WannaCry ermöglicht hat, sich so rasant zu verbreiten, war ja, wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, in diesen SMB-Shares, es war ein Zero-Day, das die NSA über Jahre gehortet hat und wenn ich die Zeitleiste jetzt noch richtig auf die Kette kriege, war es irgendwann seit August 2016 öffentlich bekannt, dass die Shadowbrokers der NSA die ganzen Tools gezockt hatten. Das war einfach klar und die haben gesagt, wir werden die jetzt versteigern oder scheibchenweise veröffentlichen. Es war völlig klar, diese, das Wissen über diese Schwachstelle und das Exploit dazu sind in den Händen anderer. Im Februar hielt Microsoft dann ein Update zurück und patchte quasi diese Lücke von WannaCry, dieses Eternal Blue, im März. Ja, das heißt, seit März war das Update draußen und erst im April veröffentlichten die Shadowbrokers und da fragt man sich natürlich, okay, die Shadowbrokers konnten quasi jeden Tag veröffentlichen, die hätten auch niemanden vorwarnen müssen, dass sie veröffentlichen werden, aber selbst die Shadowbrokers hatten offenbar irgendwie die ethische Grenze zu sagen, einen Monat nachdem Microsoft den Patch ausrollt, veröffentlichen wir erstmal. Also die hatten diese moralische Grenze, dass sie dieses Risiko nicht eingehen wollten. Keine Ahnung, die NSA hatte diese moralische Grenze jahrelang nicht und hat nicht darauf hingeführt, dass wir überhaupt einen Patch bekommen haben. Vielleicht dazu, dass natürlich für die NSA keine moralische Grenze in den USA gibt es Regeln über die Veröffentlichung der Sicherheitslücken und wann man dem Hersteller Bescheid sagen muss, die haben natürlich ihre schriftlich festgehaltenen Regeln missachtet. Also da ist es noch deutlich mehr, finde ich, als dass man sich da ethische Fragen stellt, sondern die haben einfach die Regeln, die ihnen gegeben wurden, missachtet. Ergebnis ist, dass WannaCry eigentlich nur ein Bruchteil von dem Desaster war, was die NSA über Jahre jeden Tag billigend in Kauf genommen hat. Vielleicht noch also diese Diskussion. Ich glaube, die Diskussion hat sich deswegen auch ein bisschen verändert, weil hier so viele Gesundheitsorganisationen oder Gebäude oder so betroffen waren. Das war von Anfang an klar, schon als es in Großbritannien losging und dass es unmittelbar auch auf Leben und Gesundheit von Menschen Auswirkungen haben kann. Das hat die Debatte aus meiner Sicht verändert, aber dann ist mir aufgefallen, es ging auch sehr viel um Geld. Es hat nicht lange gedauert, bis sie so die Schadenssummen zusammengerechnet haben. Zuletzt habe ich gelesen 4,8 Milliarden, wenn man international betrachtet. Fand ich interessant, dass sich so ein bisschen die Berichterstattung da verändert hat. Also interessant daran ist halt auch, dass diese Diskussion uns jetzt auch ins Haus steht. Also die Medienberichterstattung geht ja gerade schon los zum Thema CITES in Deutschland. Also die gibt jetzt eine gemeinsame Behörde der mit der Sicherheit beauftragten Behörden, die ja im Wesentlichen Systeme und Geräte hacken soll. Und die Frage, ob diese Behörde Sicherheitslücken ankauft, wie sie damit tatsächlich umgehen wird, also ob sie die dann halt disclosed oder wie sie sich halt zum Auftrag der staatlichen Fürsorge stellen wird, wird in den nächsten Monaten nochmal intensiver zu diskutieren sein. Wie gesagt, das geht gerade los. Also wir werden genau diese Diskussion halt in Deutschland auch haben. Was uns halt dazu bringt, dass wir dieses Thema Gerätesicherheit, was uns auch dieses Jahr sehr viel beschäftigt hat, unter anderem auch wegen diverser Botnetze, die halt auf IoT-Komponenten, also Kameras und Plasterroutern laufen, haben uns ziemlich viel beschäftigt. Da gab es diesen kleinen Vorfall bei der Telekom, die im wesentlichen Kollateralschaden eines Krieges zwischen Leuten waren. Wie war das? War das Minecraft-Server? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Anyway, jedenfalls die Geräte da draußen sind halt unsicher. Wir haben darauf halt in der Regel ziemlich alte Software. Die Hersteller kümmern sich nicht weiter darum. Die Verantwortung für diese Geräte ist unklar. Letzten Endes liegt sie halt beim Hersteller. Und deswegen ist dann im Zuge von, also unter Annahme von WannaCry, die Diskussion losgegangen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Verantwortung für die Geräte, für die Sicherheit? Der Telekom-Routerausfall hat relativ starke politische Folgen gehabt, unter anderem auch, weil die Telekom selber damit dann relativ offensiv umgegangen ist und gesagt hat, okay, wir müssen da mal politisch was tun. Und dann gab es da eine längere Reihe von Einladungen, Anhörungen, Sitzungen, sowohl vom Innenministerium als auch vom Wirtschaftsministerium, an denen wir auch jeweils teilgenommen haben in unterschiedlicher Besetzung. An deren Ergebnis ist jetzt eine Arbeitsgruppe gibt, das ist die sogenannte Arbeitsgruppe Router-TH, die eine technische Richtlinie für Plastorouter entwerfen soll. Und die wird halt vom BSI veranstaltet, findet meistens in den Räumen des Investitions in Bonn statt. Linus war da mal, Mirko geht da regelmäßig hin. Die, also das Ziel dabei ist halt irgendwie, dass es halt irgendwie so was ähnliches wie ein Gütesiegel geben soll für diese Plastorouter inklusive Aktualisierung. Also, dass man sagen kann, okay, dass diese Router folgen zumindest irgendeiner Art von technischem Standard, der jetzt halt nicht total bescheuert ist. Und sehr interessant daran ist halt, wie stark der Widerstand dagegen ist, zum einen da verbindliche Sicherheitskriterien vorzuschreiben, aber zum anderen auch dagegen, überhaupt Menschen die Freiheit zu geben, ihre eigenen Router sicher zu machen. Also insbesondere die Kabelnetzbetreiber, da gibt es so einen Verein, der heißt Anga, das ist der Kabelnetzbetreiberverein, der fällt da halt auf durch, also man muss schon sagen, sabotierendes Verhalten. Die sagen halt die ganze Zeit, ja nein, wir können auf gar keinen Fall die User-Router selber mit Firmware versehen und wir wollen auf gar keinen Fall Verantwortung dafür haben, dass die Router sicher sind und so weiter. Das heißt, da wird halt eine Menge Lobbying-Sabotage betrieben, die sogar so weit geht, dass selbst die Behördenvertreter und so die anderen Konzernvertreter von den ISPs da halt irgendwie sich so denken, so naja, also Kinder, so könnt ihr damit aber auch nicht umgehen. Die, also was dann so zu solchen Aussagen führte, wie sagt man so was, unser Netz ist sicher, sagt dann die Kabelnetzbetreiber und der ganze Raum brach ein schallendes Gelächter aus. Oder auch so Aussagen von. Wie unsere Rente ist sicher eigentlich? Ja, so ungefähr dasselbe. Und dann gibt es halt auch so Aussagen wie, also wir vertreten unter anderem an dieser Position das sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum, dass wir sagen, okay, wir wollen gerne, dass auf jedes Gerät, wo Internet drin ist, kommt ein Sticker drauf, wenn es verkauft wird, da steht drauf, bis wann gibt es dafür Sicherheitsupdates. Bis wann verpflichtet sich die Hersteller, Sicherheitsupdates auszuliefern. Und so, das ist halt so eine Position, die haben wir schon vor mehreren Jahren entwickelt, um zu sagen, wir wollen mal was machen, was so simpel ist, dass es jeder versteht. Also IT-Sicherheit so, dass man es wirklich seiner Oma erklären kann. Jeder Apfel hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Packung, warum nicht mein Router? Und die Antwort von einigen Routerherstellern darauf, ja, aber wenn wir das raufschreiben, dann ist der Verkauf dieser Router ja nicht mehr wirtschaftlich, weil sie dann halt einkalkulieren müssten, was es kostet, diese Dinger geupdatet zu halten. Das ist natürlich nicht nur auf Router begrenzt, dieses Problem, ja. Also diese Forderung stellen wir für jedes Gerät, vor allem wenn man in Richtung IoT blickt, wo gerade einfach in vielen Bereichen mit einer heißen Nadel Dinge gestrickt werden, die auf den Markt geworfen werden und wo man schon am Preisschild erkennt, irgendeine Form von Nachsorge für diesen Elektroschrott, ja. Für die ganzen Bugs, die da drin sind, ist da einfach nicht eingepreist und die wird da auch nicht eingepreist werden und aus diesem Grunde, denke ich, ist es hier ganz klar, dass wir da wirklich regulatorisch eingreifen müssen, um sicherzustellen, dass auch, dass eben sowas nicht in die Welt gesetzt wird und am Ende irgendeine komische IP-Kamera irgendwie die Hälfte des Internets lahmlegt, weil die irgendwie Standardpasswörter hat und ich meine, diese Phänomene haben wir jetzt gerade, wir haben mit diesen IoT- Geschichten die Grenze überschritten, dass wir ernsthafte Infrastrukturprobleme haben, weil irgendwelche Schrottgeräte da draußen stehen und sich niemand darum kümmert. Interessanterweise war dazu auch eine dieser Anhörungen, die ich da mal besucht habe im Verkehrsausschuss, weil man gemerkt hat, okay, unsere Infrastruktur hier ist offenbar in Gefahr, weil wir da zu viel Mist dran flanschen. Wenn man da so ein bisschen auch die Berichterstattung und auch das, was so von Journalisten so zurückkommt, wenn mal wieder irgendwas kaputt ist, da ist mal wieder irgendwo was explodiert an Infrastruktur, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, dann ist auch die Vorstellung der Hersteller, naja, wenn da was kaputt ist, dann sagt uns der, der es gefunden hat, ja mal ein paar Monate vorher Bescheid und dann machen wir das halt weg. Und das ist einfach was, was sich irgendwie mal ändern muss und wo man ganz klar irgendwie daran arbeiten muss, dieses Problem zu lösen und auch die Unternehmen endlich mal in die Pflicht zu nehmen, weil irgendwie so eine Haftung gibt es in dem Bereich nicht. Überall sehen wir das, wenn wir draußen in die Welt uns irgendwas angucken, wenn wir ein Auto kaufen und da passiert ein Unfall, weil das Auto nicht funktioniert, dann haftet erst mal der Hersteller. Bei Software haben wir das nicht und das wird einfach immer wichtiger. Das ist eine altbekannte Weisheit. altbekannte Weisheit, es gibt zwei Möglichkeiten, etwas zu verkaufen ohne jede Haftung. Das eine ist Drogen, das andere ist Software und beide Verkäufer nennen ihre Kunden User. Also interessanterweise ist in diesen Diskussionen haben wir, also gerade jetzt bei diesen Router-Geschichten, diesen IT-Sachen, haben wir aber auch durchaus unerwartete Verbündete, die also auch sehen, dass die Positionen, die wir da vertreten, sehr sinnvoll sind und unterstützenswert. So einer sind halt tatsächlich Leute bei der Bundesnetzagentur, die halt sich auch Gedanken darüber machen, wie halt so ein Internet stabil zu kriegen ist, wenn man da zehn Millionen nicht wartbare Geräte drin hat und natürlich die Leute bei den Versicherern, die halt sagen, okay, wie sollen wir sowas versichern? Wir haben keine Ahnung, wie wir dieses Risiko kalkulieren sollen. Dann gibt es aber wiederum auch noch so erstaunliche Dinge wie, da kam dann im Rahmen dieser Router-TA-Diskussion, kam das Thema IPv6 auf und da meinte dann das Bundesamt für sichere Informationstechnik. Ja, dazu machen wir uns noch keine Gedanken. Eigentlich nur kurz, um zu zeigen, dass wir auch weiterhin reisefreudig sind. Es gab dann auch Anhörungen im EU-Parlament zu diesen Themen. Einmal über den demokratischen Diskurs, also was ist da jetzt, wie begegnen wir als Gesellschaft dem Phänomen, dass der Diskurs irgendwie offenbar so ein bisschen entgleist, was sind da irgendwie vernünftige, maßvolle Möglichkeiten zu reagieren und natürlich auch genau das Thema, was wir gerade hatten, WannaCry, was ist daraus zu lernen, gerade für die im Bereich vom Internet of Things und natürlich auch für diese Haftung. Also auch im EU-Parlament beschäftigt man sich mit diesen Themen und irgendwie gerade so, nachdem der Bundestag ja und die Bundesregierung irgendwie mit diesem demokratischen Prinzipien irgendwie immer mehr brechen, war das eigentlich mal ganz angenehm, da in so einem Parlament zu sprechen, dass sich wirklich viel Zeit nimmt, viele Sachverständige einlädt und da wirklich mal interessiert war. Das war irgendwie mal ganz, eine ganz angenehme Erfahrung. Also es ist natürlich für uns immer schwierig, glaube ich, wir machen manchmal zu so Ausschüssen oder zur Anhörung zu fahren, aber es ist natürlich trotzdem schwieriger, wenn man sich im Bundestag oder Landtag in der Regel besser auskennt und ja, da ist man mit den Diskussionen nicht so vertraut, aber zumindest vom Inhalt her, so wenn ich da war, Linus kann das, glaube ich, auch bestätigen, waren oft nicht so eine ritualisierte Anhörung, sondern mein Eindruck war, dass dort mehr Interesse war und wirklich so Dialog. Aber gut, insgesamt kann man eigentlich sagen, dass Europa relativ positiv, zumindest in manchen Bereichen, auf die Regulierung im netzpolitischen und digitalpolitischen Bereich eingewirkt hat, zumindest in manchen Aspekten. Wir haben gehört, einige geht es noch im Fluss. Wer am ersten Tag den E-Privacy-Verordnungsvortrag gehört, der den jedem nur anraten kann oder sich mit den Fragen der Datenschutz-Grundverordnung mal beschäftigt, also zumindest hat sich jetzt verändert, dass wir immer nur saugenvoll nach Brüssel gucken, sondern da gibt es tatsächlich ja einige Regelungen, die über die Europäer kommen werden, die zumindest nicht unbedingt immer nur in Deutschland, aber auch europaweit einige verbessern. Da sollten wir uns dafür einsetzen, dass die gestiegene Bedeutung von Brüsseler Regelungen auch in unserem Sinne gestaltet werden. Also dazu gibt es ja auch noch die EDRI, wo der CCC seit zwei Jahrzehnten oder so Mitglied ist, also European Digital Rights, die da auch eine strukturierte Arbeit machen im Sinne einer Lobbyarbeit, also die können wir bei der Gelegenheit auch gleich noch mal als stets und auch permanent aktive NGO, die wir unterstützen sollten, nennen. Da passt ja der europäische Zusammenhang, oder? Zum nächsten Thema. Also eine der Dinge, wo wir sagen müssen, okay, gut, dass es da Europa gibt, ist halt dieses Problem der Netzneutralität, mit dem wir dieses Jahr auch relativ viel zu tun hatten, anfangs halt mit dem Stream-On-Tarif der Telekom. Ja, wir haben uns da natürlich, also insbesondere im Bereich der Netzneutralität jahrelang mit auseinandergesetzt. Wir haben in Europa eine schöne Situation, dass hier eine Netzneutralität per EU-Verordnung vorgeschrieben ist. Eine Verordnung ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sofort umzusetzen das Geltnisrecht in den einzelnen Ländern. Das heißt sowas wie in den USA, dass da plötzlich jemand die FCC neu besetzt und ein Gremium von fünf Personen mal schnell alles wieder umwirft, droht uns in Deutschland nicht. Wir stehen da also im Moment, oder in Europa nicht, wir stehen da im Moment noch ganz gut. Natürlich ist trotzdem diese Abschaffung der Netzneutralität in den USA ein Dammbruch, der auf die eine Weise oder die andere uns in Europa auch Kopfschmerzen machen wird. Und sei es nur, dass europäische Anbieter eben in den USA benachteiligt werden. Und was vielen Leuten nicht so ganz klar ist, ist, dass die Bevorteiligung einiger eben immer auch die Benachteiligung anderer ist. Und das ist natürlich bei StreamOn nicht anders, als wenn irgendwo ein Voice-Over-IP-Dienst gebloggt wird oder so. Und das ist ein bittersüßes Gift, was uns die Telekom da anbietet mit diesem StreamOn. Und gleichzeitig steht man wirklich vor der Frage, wenn sie doch in der Lage sind, den Leuten unbegrenztes Streaming einfach zu geben mit den Preisen, die sie da zahlen. Und wenn eh die einzigen bandbreiten intensiven Angebote doch die großen Streaming-Dienste sind, dann verstehe ich einfach nicht, warum dieses Inklusivvolumen dann nicht einfach für alle Daten zur Verfügung stehen kann, so wie man sie nutzen möchte. Wir werden uns in diesem Themenfeld weiter engagieren und zwar sehr bald, weil die Bundesnetzagentur sich gerade nicht nur um Telekom StreamOn, sondern auch um Vodafone Pass, also ein weiteres Zero-Rating-Angebot kümmert. Wir werden da eine Stellungnahme abgeben, die wir wie immer auch veröffentlichen werden, wahrscheinlich so Mitte Ende Januar. Wir wollen uns da auch positionieren. Ich glaube, dass die FCC-Entscheidung in den USA durchaus nochmal eine interessante europäische Debatte stimulieren kann, denn sich sozusagen anders zu positionieren und sieht ja so aus, als wenn das in Europa immerhin möglich wäre, das scheint mir wichtig. Die Bundesnetzagentur hat zumindest ein Auge auch hinsichtlich der EU-Richtlinien zur Netzentralität auf StreamOn und Vodafone Pass gelegt und da werden wir uns auch beteiligen mit der Stellungnahme. Ein weiteres Thema, wo man mal ein bisschen nach Brüssel gucken muss, wo aus Brüssel auch mal was Gutes kam, ist tatsächlich die Vorratsdatenspeicherung. Und zwar ist es so, wir haben in Deutschland aktuell ein Gesetz, was die Vorratsdatenspeicherung geregelt. Dieses Gesetz wird nicht ausgeübt dank eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts im Nordrhein-Westfalen, was sich auf wiederum eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezieht, der gesagt hat, dass eine anlasslose Speicherung von Vorratsdaten nicht zulässig ist. Damit deckt sich das Ganze mit unserer Vorstellung und auch dem, was Gerichte zuvor schon mal entschieden haben, auch in Deutschland. Also der Punkt ist, dass dieser ganze zeitliche Ablauf, den muss man sich irgendwie noch mal bewusst machen, vollkommen absurd ist. 2015 wollte dann unsere Regierung noch mal einen neuen Anlauf starten und eine Vorratsdatenspeicherung einführen. Es gab ein Gesetzgebungsverfahren, das Gesetz wurde unterschrieben, sollte in Kraft treten am 1. Juli diesen Jahres oder ist sogar in Kraft getreten am 1. Juli diesen Jahres. Und dann gab es letztes Jahr, also knapp ein Jahr später, kurz vor eines Jahres, ich glaube, wir haben es im Jahresrückblick gerade noch erwähnen können, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass eben eine anlasslose Speicherung von Vorratsdatenspeicherung nicht zulässig ist. Daraufhin wurde halt relativ klar, Deutschland ist der einzige Staat in Europa, der sich gerade europarechtskonform verhält, weil wir eben keine Vorratsdatenspeicherung haben. Hat sich unsere Bundesregierung wohl gedacht, das geht so nicht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das können wir einfach nicht zulassen und dann auch noch Europarecht einhalten. Wir machen das trotzdem. Und so hat man dann versucht, tatsächlich am 1. Juli die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Und woraufhin dann es natürlich Beschwerden gab, es ist auch einstweiliger Rechtsschutz ist abgelehnt worden vom Oberverwaltungsgericht Anfang des Jahres. Und letztendlich hat man sich dann aber entschieden, erst mal zu sagen, dass es nicht vereinbar ist. Und die Bundesnetzagentur hat dann gesagt, ja gut, dann dürfen wir das nicht machen. Und damit ist zwar dieses Gesetz noch da. Und ich glaube, da müssen wir ganz dringend nochmal dran arbeiten, weil das ist ein Gesetz, was gegen die EU-Grundrechte verstößt. Und die Grundrechte sind die EU-Verfassung. Und das ist eigentlich kein Spaß, sondern die Regeln mal wirklich, dass wie ein menschliches Zusammenleben in einer Europäischen Union irgendwie möglich sein soll. Und richten sich ganz stark an ethische Grundlagen und moralische Grundlagen, die eigentlich so eine Entfaltung der Persönlichkeit und des Menschseins überhaupt möglich machen. Und wir müssen da nochmal dran arbeiten. Aber wie gesagt, die Bundesnetzagentur hat erstmal gesagt, ja, wenn das jetzt so ist, dann lassen wir das erstmal mit der Vorratsdatenspeicherung. Somit haben wir dank der EU im Moment keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Ja, jetzt haben wir ja im ersten Teil relativ viele Sachen, die so ziemlich viel mit Anhörungen und juristischem Vorgehen und so zu tun hatten und öffentlichen Stellungnahmen. Und natürlich, wir sind ja der Chaos Computer Club. Das heißt, es geht auch um den Spaß am Gerät. Jetzt kommt der lustige Teil. Und da hatten wir dieses Jahr so einige Dinge. Und da wollen wir ein bisschen grundsätzlich anhand dieser Beispiele darüber reden, wie geht man eigentlich mit Sicherheitslücken um? Und das wollen wir vielleicht mal so an zwei, drei Beispielen durchiterieren, die so ein bisschen repräsentativ für dieses Jahr stehen. Wir hatten noch mehr Sachen. Wir haben jetzt nicht alle reingenommen, sondern nur so die, wo man halt mal so ein bisschen zeigen kann, wie unterschiedlich der Umgang der Hersteller mit dem Thema ist. Und wo wir eigentlich dachten, so 2017 müssen wir nicht mehr drüber reden, aber offensichtlich müssen wir es dann doch immer noch. Also häufig passiert das dann so, ich mache den mal ganz kurz zurück. Passiert das dann so, dass sich jemand an einen von uns wendet. Dieses Jahr habe ich das öfter mal übernommen. Und was ich dann eigentlich mache, ist einfach mal so bei dem Hersteller irgendwie mich melden und sagen, hallo, Linus Neumann, Chaos Computer Club. Und die Antworten sind da schon sehr unterschiedlich. Also die schönste Antwort dieses Jahr war, scheiße, ich habe immer gehofft, dass ich so einen Anruf nie kriege. Aber das war dann auch, das war dann auch zugegebenermaßen macht es wirklich am meisten Spaß bei diesen Anrufen, wenn man dann noch den Satz sagt, Sie können sich ja wahrscheinlich denken, warum ich anrufe. Also mir ist mal passiert, dass ich die Frage kriege, wie weiß ich denn, dass das stimmt. Also Sie können mich ja irgendjemand anrufen, aber das ist unterschiedlich. Siehe angehängten Exploit, dann wissen Sie, dass das stimmt. Also wir haben dann häufig, es gibt häufig also diese Situation, dass man dann irgendwie sagt, Sie haben da glaube ich ein Problem und wir würden Ihnen gerne helfen, das Problem wieder loszuwerden. Schön war irgendwie so ein Elastic Search Cluster, in dem irgendwie alle Carsharing, Fahrradsharing, hast du nicht gesehen, Fahrzeuge in Echtzeit zu tracken waren. Das wurde dann geschlossen. Die Karenzzeit, die wir da gegeben haben, war relativ eng und die wurde auch eingehalten. Oder auch hier so ein Fall, ein System, in dem Bürgerämter ihre Termine verwalten. Da sieht man also irgendwie der Kunde Schmidt hatte dann und dann einen Termin und dann hier im Asylkalender war dann eben ein sonstiges Anliegen eines Asylbewerbers. Wir haben da netterweise mal geschwärzt. Wir haben das geschwärzt, ja, aber nur um zu zeigen, hier ist dann nochmal die Datenbank dazu, die wir hatten. Hier muss ich einfach sagen, das war natürlich etwas, wo wir einerseits sehr schockiert waren, weil diese Schwachstelle offenbar auch schon sehr lange da war. Andererseits hat der Hersteller hier den Fix innerhalb von zwei Minuten vorgenommen, weil ich im Prinzip, also es war eine SQL Injection und ich sagte, gehen Sie doch mal bitte in die und die PHP-Datei, dann nehmen Sie einen Parameter entgegen und den geben Sie offenbar einfach weiter an die Datenbank. Und der Parameter heißt so und so und der Hersteller sagte, ich sehe die Zeile gerade vor mir. Fuck, wir machen überall sonst prepared statements. Ich habe keine Ahnung, wie mir das passieren konnte. Danke für den Anruf. Es ist jetzt in dieser Sekunde gefixt, also noch am Telefon. Da muss man dann auch einfach mal sagen, so. Das war dir dann auch eine, in so einer Situation sieht man dann eben auch davon ab, jetzt noch mit einer PM da drauf zu dreschen und dem Menschen die Hölle heiß zu machen. In anderen Situationen ist das dann vielleicht anders bewertet worden. Also was wir eigentlich vergessen haben, war zu fragen, was der Datenbank, die Datenbank Table Kinderriegel bedeutet. Ja, in anderen Situationen ist es leider ein bisschen anders. Wir hatten das letztes Jahr, das ist, das startet jetzt vom letzten Jahr, wir hatten es auch im Jahresrückblick. Die Bahn hat ja so WLAN gemacht, die macht ja auch Digitalisierung, man glaubt es nicht. Und die wollen jetzt eigentlich alles digitalisieren und dazu gehört, dass man jetzt im Internet auch, dass man jetzt beim Zugfahren auch ins Internet kommt, so wie in anderen Staaten auf der Welt auch. Und dazu hat die Bahn eingekauft. Und zwar haben die gesagt, naja gut, wir müssen WLAN machen, das muss jetzt ganz schnell gehen. Ich habe dann am Rande erfahren, das ist dem zuständigen Vorstand mal bei einer Pressekonferenz rausgerutscht und plötzlich mussten die Techniker irgendwie WLAN machen. Und dann ist man halt losgegangen und ist einkaufen gegangen. Da gibt es eine Firma, Alcomera, die sitzt oben in Skandinavien und ist Weltmarktführer. Und da dachte man, bei denen kauft man mal ein. Es gibt wohl auf dem Markt drei Hersteller. Und da war ja damals das Problem, dass man auf die Landingpage über einen JavaScript so ein bisschen Daten abgreifen konnte und dann feststellen konnte, dass jemand im Zug sitzt. Und nicht nur das im Zug sitzt, sondern welche Klasse er gerade fährt, wie schnell der Zug fährt, wo sich der Zug befindet, welche MAC-Adresse das Gerät hat, welche IP-Adresse man gerade hat, in welche Funktion man eingebucht ist, bla bla bla. Also eine ganze Menge Informationen, die man da so rauslutschen konnte. Das haben sie dann weggemacht, indem sie diese JSON-P-Endpoints dazu gemacht haben. Naja, das war dann auch erstmal gut. Bis dieses Jahr. Da haben wir dann irgendwie festgestellt, die haben das wieder aufgemacht. Aber jetzt, also wirklich ganz stumpf, das war einfach wieder offen. Dann haben wir das JavaScript wieder ausgepackt, haben das, haben dann diesmal eine Pressemeldung auf ccc.de hinterher gepackt. Woraufhin es dann hieß, ja, wir haben es jetzt geschlossen. Zwei Tage später kam dann von uns die nächste. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt nämlich neben diesem JSON-P-Endpoints, das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, haben sie noch eine neue Lücke aufgerissen, weswegen sie dann auch an der Stelle wieder angreifbar war. Also es ist eigentlich so ein Hinterherrennen bei einem Projekt, was irgendwie mehrere hundert, nee, stimmt gar nicht, also über 100 Millionen Euro, waren das 110 Millionen Euro. Also die Bahn hat für 110 Millionen Euro dieses Projekt eingekauft, bei einem Weltmarktführer und es nicht hinbekommen, dieses Problem dauerhaft zu beheben. Da gab es noch ein bisschen Kommunikation. Der Hersteller dieser Lösung, der fand das eigentlich, der fand das eigentlich ganz okay, dass das so ist, weil alles andere macht es technisch kompliziert. Und die wollten diese Lösung eigentlich so wieder lassen. Also sie wollten das einfach wieder aufmachen, weil es einfacher ist, das entsprechend einfach aufzumachen und zu sagen, naja gut, was interessieren uns unsere fahrenden Kunden, Hauptsache die Technik funktioniert. Und bei dieser ganzen Geschichte und da gab es so ein bisschen Kritik, haben wir einen anderen Ansatz gefahren und wir haben eben nicht die Bahn darüber vorher informiert. Und das ist etwas, was man so beobachtet. Unternehmen verlassen sich darauf, zunehmend darauf, dass sie mehrere Monate, bevor eine Sicherheitslücke veröffentlicht wird, sich darauf verlassen können, dass sie auch informiert werden und genug Zeit haben, die zu schließen. Und wenn man mal so die Berichterstattung, es gibt ja diese Geschichte mit den Banking-Apps, da gab es nämlich genau den gleichen Vorwurf, das ist eine Lücke, die vor zwei Jahren schon mal berichtet worden ist, dass es blöd ist, TAN-Generatoren für Banking-Apps mit den Apps für das Banking selber auf dem gleichen Gerät zu haben. Und da hat dann irgendein Pressemensch von einer Bank gesagt, wir bewundern uns, dass man uns da nicht mindestens zwei Monate vorher informiert hat. Ne, zwei Jahre vorher. Und ihr habt es nicht auf die Reihe bekommen. Und die Bahn wusste das auch. Und da gibt es einfach faktisch keinen Grund, die darüber zu informieren. Weil die haben das einfach richtig zu machen. Die kaufen für 110 Millionen Euro WLAN ein. Und dann macht man das richtig. Und wenn man das nicht kann, dann schaltet man es einfach nicht am ersten Tag an, sondern dann schiebt man es einen Monat oder zwei. Und da muss man halt seinem Vorstand erklären, warum es nicht geht. Und ich glaube, an vielen Stellen das erste Beispiel von diesem Portal ist es gut, dann wirklich eine Responsible Disclosure zu machen und erst mal zu reden und zu sagen, mach das mal ordentlich. Aber in dem Fall ist es natürlich kein enorm großes Risiko, dass jetzt massenhaft Daten abhanden kommen, dass wirklich Nutzer sofort exposed werden und extrem gefährdet sind. Und da stecken einfach die Unternehmensinteressen hinter den Nutzerinteressen, müssen einfach zurückstecken. Ja, ich hatte ja gerade schon genannt, dass wir teilweise diese Kommunikation einfach für Leute machen, die sich an uns wenden, die sagen, könnt ihr uns dabei helfen? Manchmal sagt dann auch vielleicht jemand, es könnte sein, dass ich da vielleicht doch irgendwie, also es wäre mir lieber, wenn da einfach der Club mit dabei ist, wenn ich mit dem Hersteller rede, wer weiß, wie die reagieren oder so. Und dass wir da so ein bisschen halt einfach bei der Kommunikation unterstützen. Das waren eben auch insbesondere bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe, die wurden halt aus dem Club heraus generiert und an uns herangetragen. Wir haben dann da eben unterstützt. Und das machen wir natürlich sehr gerne. Und es begab sich dann, dass auch aus dem Bereich von Jugendhackt so die Bitte an mich herankamen, so gesagt wurde, ja, irgendwie so einige Leute bei Jugendhackt und so, die haben gehackt. Die haben gehackt und die bräuchten jetzt vielleicht auch mal kurz einen Rat. Und wir wissen ja auch, dass solche Situationen nicht immer so besonders gut ausgehen. Wenn wir da an den StudiVZ-Hack von vor ein paar Jahren zurückblicken. Und da habe ich dann mal einen kleinen Gastbeitrag für Jugendhackt geschrieben, in dem ich halt einfach so formuliere, was denn da so, was wir so empfehlen im Umgang mit so Herstellern. Und haben wir auch da unsere Unterstützung angeboten. Und da bin ich auch schon im Bundesgebiet unterwegs gewesen und habe dann da, sag ich mal, ein paar Löcher, ein paar brennende Feuer ausgetreten, wo eben sehr junge Menschen schon sehr große Probleme gefunden haben. Und wir dann dafür gesorgt haben, dass auch die beseitigt wurden. Und das macht eigentlich immer sehr viel Spaß. Aber um noch mal kurz zu sagen... Naja, dir, ne? Und denen, die sie gefunden haben, aber nicht... Das macht allen Beteiligten immer Spaß. Die Hersteller können das halt nicht so gut zeigen. Die freuen sich mehr nach innen. Nein, aber also, ich muss da ganz ehrlich sagen, die Hersteller, klar, niemand lässt sich gerne irgendwie auf die Füße treten. Aber da kommen dann auch gerade für die jungen Menschen, kommt dann auch immer gerne am Ende, wenn man sich dann mal an einen Tisch gesetzt hat und ich sage, sie wollen doch jetzt nicht etwa diesem jungen Kind hier drohen. Das kann ich mir doch überhaupt nicht vorstellen, dass sie das gerade meinten, was ich da verstanden habe. Und dann kriegt man die Situation gerne auch mal so in so einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz umgedeutet. Und das ist doch dann echt irgendwie ganz angenehm, wenn da die Leute willkommen geheißen werden. Aber es gibt auch andere Beispiele. Ja, also die, wie gesagt, dieser Umgang von Herstellern mit solchen Problemen, es variiert sehr, sehr stark. Und wir wollen ja hier nur so, sagen wir mal, besonders hervorhebenswerte Beispiele herausstellen. Eins davon hatten wir auch noch dieses Jahr. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Vorlauf an. Also wir hatten ja letztes Jahr mal so ein bisschen was über einen Messenger erzählt, die sichere Kommunikation angeboten haben, aber das nicht so richtig verstanden hatten, was sichere Kommunikation heißt. Das heißt, die hatten Ende zu Ende Verschlüsselung versprochen, hatten einfach gar keine. Und es ging jetzt über das Jahr noch ein bisschen hin. Also ich habe mit denen danach, ich habe von denen nichts mehr gehört. Und jetzt vor ein paar Monaten kamen die an und meinten, das wäre ja alles nicht richtig, was da stehen würde. Sie hätten ja alles neu programmiert und wir müssten das jetzt mal updaten. Was nicht ganz richtig ist, es steht ja ein Datum dran und Sie können ja gerne eine Gegenvorstellung machen. Aber wie auch immer, wir haben dann gesagt, okay, wir schreiben ein kleines Update dran. Haben dann unten drunter geschrieben, naja, der Hersteller sagt, er hat es beseitigt, wir konnten das nicht testen. Woraufhin es dann ein bisschen hin und her gab, jetzt waren Sie der Meinung, das ist Hate Speech. Sie müssten jetzt rechtlich vielleicht doch mal eine Klage einreichen. Ich habe das jetzt noch nicht weiter. Also bisher kam noch nichts. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. In dem Zuge haben Sie sich aber Hilfe geholt, fachmännisch. Und Sie sind jetzt zertifiziert und sicher. Und Sie haben tatsächlich ein Unternehmen gefunden, was Ihnen bescheinigt, dass die Software jetzt bis August 2018 sicher ist. Nein, 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 lacht nicht. Das ist nicht komisch. Nee, das ist eigentlich ziemlich bitter. Also wir haben halt den Namen des ausstellenden Unternehmens mal geschwärzt, weil wir uns dachten so. Aber ihr werdet es vielleicht ahnen. Nein. Ja, vielleicht kann man es raten. Aber wir haben es mal geschwärzt, weil wir dachten uns, naja. Ich finde, jemand müsste das vortragen, weil man das nicht richtig lesen kann. Oder könnt ihr das lesen? Also was ich... Das kann man sich ja googeln. Die bewerben ja dieses Zertifikat sehr stolz. Und für das Unternehmen hat sich offenbar ja auch nichts vorzuwerfen. Ich finde das sehr... Also wenn am Ende ein Zertifikat ist, dann ist auch klar, wie die Beauftragung lautete. Und das ist der... Also aus diesem Grunde lehnen wir Zertifizierung ja auch grundsätzlich ab. Und das ist wirklich... Also es gab dieses Geschäftsmodell früher schon mal. Das hieß Ablasshandel. Damals, im Mittelalter, hat man dafür aber wenigstens noch so eine schöne, handgemalte Urkunde bekommen. Heutzutage sieht der Hersteller es nicht mal mehr ein, sich irgendwie um die Details seines Word-Processings zu kümmern und da überschüssige Punkte zu entfernen. Und wir haben dann versucht, ein schönes illustratives Beispiel zu finden. Also ich glaube, man hat so ein bisschen das Gefühl, die zuständigen Leute sind mal auf dem Kongress unterwegs gewesen und haben eigentlich grundsätzlich unsere Sticker nicht verstanden. Aber man muss sagen, vielleicht hätte der Hersteller das günstiger haben können, weil diese Sticker liegen hier teilweise aus. Die kann man einfach mitnehmen und dann draufkleben. Das war uns gratis gegeben. Ja, kommen wir noch mal darauf zurück, weil ich vorhin schon einwarf, weil mir nicht mehr bewusst war, dass wir da noch eine extra Folie hatten. Wir haben auch eine Stellungnahme abgegeben zum E-ID-Gesetz. Die E-ID, wer sich daran nicht erinnert, ist der elektronische Identitätsnachweis, der auf dem Chip in der Ausweiskarte enthalten ist. Ausweislich den Zahlen, die da erhoben werden, haben sehr wenige Bürger daran irgendein Interesse. Sehr viele haben wir gar nicht aktiviert und noch viel weniger nutzen und es gibt auch sehr weniger Angebote. Und entsprechend hatte die Große Koalition die Bahnbrechen, die Idee, da müsse man doch irgendwas tun mit diesem teuren toten Pferd. Und was macht man? Man macht die E-ID verpflichtend. Wir können das tote Pferd nicht reiten, aber vielleicht können wir es verpflichtend zu reiten. Vielleicht können wir die Leute verpflichtend, es zu essen. Nein, ich weiß nicht. Der Beschluss war, der ist jetzt auch ein Gesetz geworden, dass man auf den Meldeämtern nicht mehr selber entscheiden kann, ob diese E-ID deaktiviert ist oder aktiviert. Man kann auch diesen Status nicht mehr ändern. Der ist jetzt immer bei der Ausgabe aktiviert. Natürlich sage ich euch hiermit voraus, da brauche ich nicht mal eine Kristallkugel für. Das wird trotzdem niemand nutzen, denn man kann sich sehr genau ansehen. Es gibt doch keinen Anwendungsfall. So ist das. Also Sie haben natürlich in dem Gesetz auch versucht, die Anwenderseite ein bisschen zu inzentivieren, indem man den Prozess, wie man daran teilnehmen kann, Angebote für die E-ID zu machen, etwas erleichtert. Aber das ist gar nicht, worüber ich dabei eigentlich reden wollte. Das war eigentlich die Überleitung zum nächsten Thema. Der große Klops in diesem Gesetz war, bei der Einführung der biometrischen Erfassung wurde uns ja hoch und heilig versprochen, dass diese Daten nicht zentral gesammelt werden. Das steht auch im Passgesetz drin oder im Ausgesetz. Es gibt keine zentrale biometrische Datenbank. Das war aber natürlich jetzt mit der Zeit ein Problem geworden, vor allem, wenn man am Südkreuz automatisierte Gesichtserkennung machen möchte. Und deswegen staunten wir nicht schlecht, als wir diesen Gesetzesentwurf lasen. Und da drin dann fanden, dass... Alle Geheimdienste, alle Polizeien und der Zollverhandlungsdienst in einem automatisierten Verfahren diese biometrischen Daten abrufen dürfen. Zentral. Ja. Also es ist natürlich nicht mal eine Debatte wert gewesen. Ich fand es sehr interessant. Es gab eine kurze Verzögerung in diesem Gesetzgebungsverfahren. Und was dann rauskam und letztlich auch vom Bundestag beschlossen wurde, war noch eine Verschärfung dieser Situation. Natürlich gab es von allen, die dort vertreten waren und die sich dieser Problematik des automatisierten Abrufs der Biometriedaten gewidmet haben, auch Kritik. Aber keine Form von Reaktion. Die Sozen und die Christenunion waren sich wieder einig und damit war das klar. Wir haben also jetzt quasi diesen automatisierten Zugriff und die Protokollierung findet auf der Seite der Zugreifenden statt, sodass es also auch sehr schwierig sein wird, überhaupt zu kontrollieren, wer der Zugriff. Also eine Schattenbiometriedatenbank ist sehr wohl möglich und würde nicht mal protokolliert werden. Also zentral zugreifbar machen schon, aber jetzt noch zentral loggen, wer da alles reinkommt, das wäre echt ein bisschen zu viel Zentralisierung. Das kann man dann lieber eigenverantwortlich loggen und vergessen und löschen. Wenn man dann sieht, dass wenig später eben Thomas de Maizière sich an diesem Bahnhof stellt und sagt, wir wollen hier diese Biometrie, er sagt ja nicht Biometrie, er sagt immer Videoüberwachung, wir wollen die Flächen decken, dann kriegt man natürlich irgendwie schon echt das Große. Ja, eines dieser Dinge in diesem EID-Gesetz, die hier oben drauf stand, war ja, dass wir möchten, dass diese EID möglichst weitgehend benutzbar wird und benutzt wird von Menschen und wie ich es schon sagte, wir hatten da eigentlich bisher noch keine wirkliche Anwendung für gefunden und dieser Chip ist aber in allen Personaldokumenten drin und es gibt ja dann schon seit mehreren Jahren die Frage, wie kriegt man diesen Chip da eigentlich tot? Ja, ich würde vorher noch kurz zwei, drei Sätze sagen, also es gibt noch eine andere Geschichte, wo es plötzlich um zentrale Datenbanken geht und es ist ja das Problem, nicht jeder braucht jetzt gerade einen neuen Personalausweis, weil die laufen ja eine Zeit lang, aber es gibt die Reisepässe und es hat sich dieses Jahr noch was ganz deutlich geändert, was auch der Rechtsprechung, also der Gesetzgebung widerspricht und zwar betrifft das den Reisepass. Und zwar ist Anfang April, das war der 7. April, spontan mal der EU-Grenzkodex geändert worden und da ist aufgenommen worden, dass beim Verlassen und Betreten des Schengen-Raums grundsätzlich die biometrischen Daten aus den Dokumenten gelesen werden sollen und müssen gegen zentrale Datenbanken abgeglichen werden, ob da denn Fahndungsaufrufe drin sind, natürlich um Terrorismus zu verhindern. Was das bedeutet ist, dass diese Daten abgerufen, von den Dokumenten abgerufen und zentral irgendwo hingesendet werden in den entsprechenden Staaten. Allerdings sieht das deutsche Gesetz oder das deutsche Recht an der Stelle vor, dass diese Daten ausschließlich zur Überprüfung der Gültigkeit und der Zuordnung der persönlichen, also dass das mein Ausweis ist, also der Persönlichkeit gestattet sind. Das heißt, das ist ein ganz, ganz klarer Rechtsdruck, weswegen wir uns eigentlich dann ein bisschen dazu gezwungen gesehen haben, auch direkt an diesem Tag nochmal zu erklären. Es gibt Möglichkeiten, diesen Chip zu deaktivieren, das ist vom Hersteller nicht vorgesehen. Aber es gibt sehr handliche Geräte zu kaufen, ich habe hier mal was mitgebracht. Es gibt Hersteller auf dem Markt, auch deutsche Hersteller, die sowas produzieren. Das ist ein sehr geeignetes Gerät, also wirklich speziell, um Ausweise zu deaktivieren. Das gibt es auch in Groß- als Vierfacheinrichtungen für das Kochfeld. Ich habe die Geräte auch schon gesehen, also für Hackerspaces mit Wandaufhängung. Also das ist quasi die Mobile-Version, man will ja auch nicht immer mit so einem Herd und also schon sehr praktisch. Wenn man so etwas sucht, ich brauche zum Reisepass, aber ich muss das erstmal anschließen. Dass das in Saal 1 nicht geht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht? Wir können damit nämlich auch mit Sicherheit zeigen, dass im Gegensatz zu dem, dem wir niemand raten wollen, das Ding in die Mikrowelle zu legen, hier keine Brandlöcher entstehen. Nicht in die Mikrowelle legen, es gibt Brandlöcher. Wahrscheinlich. Wie, wie? Ey, warte mal. Also diese Induktionskochfelder senden so kleine Impulse, um zu gucken, ob... Ich weiß nicht, ob das Ding das macht. Also da stand irgendwas von 2000 Watt drauf. Das ist sehr experimentell. Also eigentlich muss man das nur einsteigen und ich stelle das mal auf Maximum, das sollte reichen. Der Krach ist normal. Und alles, was man eigentlich machen muss, ist, also das geht auch relativ zügig hier so ein bisschen gut rühren. Magisch. Und dann ist der eigentlich gut durch. Es sieht noch aus wie vorher. Er funktioniert als Ausweisdokument auch noch, nur nicht mehr elektronisch. Das gehört ja eigentlich zu der Reihe digitale Mündigkeit. Leider hilft das aber natürlich nicht gegen den automatisierten Abruf, denn die werden ja nicht von dem Chat abgerufen. Aber möglicherweise, da wir ja vielleicht in Zukunft noch andere Maßnahmen von Thomas de Maizière zu erwarten haben, so der Minister bleibt. Obwohl, es soll ja Joachim Herrmann werden, ne? Oh Gott. Wir wollten doch hier mal ein bisschen gute Laude verbreiten. Dann gab es noch ein Thema, was uns in Deutschland dieses Jahr beschäftigt hat, natürlich den G20-Gipfel. Und da gerät dann auch der Chaos Computer Club so an den Punkt, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie, wir sind hier ein Hackerverein und wir haben unsere Themen, wir haben unsere Interessen und wir haben unseren Spaß. Und wo kommen wir an den Punkt, was wir als Club noch machen oder was Leute aus dem Clubumfeld mal machen. Und ich denke gerade da, wenn es in dieses allgemeinpolitische Engagement geht, da sieht man dann eben auch, dass wir eben unterschiedliche Strömungen im Club haben. Sodass sich da eben auch, ich würde mal sagen, so kleine Gruppen im Club finden, die sich dann sagen, wir machen etwas, wir tun was. Das entsteht dann einfach. Der Berliner Club war so ein bisschen verärgert, dass jetzt dieser schöne Hafengeburtstag in Hamburg stattfindet und es kein Gipfeltreffen in Berlin gab. Deswegen gab es bei uns dann den G23-Gipfel. Eine sehr kleine Veranstaltung mit vielen feinen Leuten, die sich dort vor dem, einen Monat ungefähr vor dem G20-Gipfel in Hamburg einfach vernetzt haben, ausgetauscht haben, sich Gedanken gemacht haben. Und auch beim G20-Gipfel selber ist der Chaos Computer Club, sind Teile des Chaos Computer Clubs als eigenständiges Kollektiv zugegen gewesen und haben mit dem FC MC, einem Medienzentrum im Stadion des FC St. Pauli aufgebaut und da für eine unabhängige Berichterstattung gesorgt, Möglichkeiten gegeben für Journalisten aus aller Welt, dort zu arbeiten. Es wurde live gestreamt von unterschiedlichen Situationen. Eine davon seht ihr da oben. Und ich denke, dass es auch das ist, insbesondere Chaos Computer Club, dieses Engagement. Da sind Leute wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen und haben sich da tagelang auch in eine Gefahr begeben, haben sich Mühe gegeben und haben da das gemacht, was wir immer noch am besten können, nämlich Infrastruktur bauen. Und das ist, finde ich, toll. Also es ist halt nur ein Beispiel, wo Leute aus dem Club über das Jahr hinweg bei verschiedensten Gelegenheiten Infrastrukturhilfe geleistet haben. Und das WOC ist da ganz großartig unterwegs, auch bei Veranstaltungen sehr vieler verschiedener politischer, weniger politischer Strömungen. Worum es da halt geht, ist einfach die Fähigkeiten, die wir haben, als Hacker einzusetzen, um politische Veränderung möglich zu machen, um Informationsfreiheit zu gewährleisten, um ein Netz dahin zu bringen, wo es halt notwendig ist. Und das ist, denke ich, auch einer der Dinge, wo der CCC immer sehr gut ist und sehr viel leisten kann an Stellen, wo andere Organisationen meistens oder häufiger so ein bisschen hilfloser sind. Hilflose Organisationen hatten wir auch bei der Bundestagswahl 2017. Da mussten wir dann noch eine Wahlsoftware uns anschauen. Die Vorgeschichte war eigentlich sehr interessant. Dieses Projekt wurde eigentlich an uns herangetragen von Kai Biermann von Zeit Online. Der sagte, ich habe da so einen Studenten, der meint, der hätte irgendwie in Hessen die Wahl gehackt. Könnt ihr da mal gucken? Und wir haben dann gesagt, ja, dann gucken wir mal. Dann haben wir eine Taskforce zusammengestellt und dann nochmal zusammen mit Martin, dieser Student, Martin Tschirsich aus Darmstadt, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, alles klar, was du da hast, ist doch ganz fein. Aber bevor wir da jetzt das erste Feindling melden, lass uns doch mal wirklich gucken, was wir da alles noch so finden können. Am Ende stand dann ein 23, 24 Seiten langer Bericht, in dem wir minutiös jede einzelne Vulnerability, die wir da gefunden haben, detailliert aufgelistet haben und eben direkt mehrere Angriffsszenarien gefunden haben, um diese Software anzugreifen. und sind also von dem initialen Hack, wo Martin einfach mal ganz Hessen, die ganzen Wahlergebnisse von Hessen zentral hätte manipulieren können, haben wir dann gesagt, okay, das wäre aber schön, wenn wir das eigentlich bundesweit machen können. Und dann haben wir da also zusammen mit Thorsten Schröder noch sehr viel weitergebohrt. Ich mache das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang, weil wir dazu gestern schon einen Vortrag gehalten haben, den ihr euch bei Interesse natürlich sehr gerne auf media.ccc.de, der Plattform des VOG, anschauen könnt, weil es da natürlich auch wieder eine großartige Aufzeichnung von gibt. Danke an das VOG. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir durch das Hacken des Update-Servers und das Ausspielen bösartiger Updates und das Umgehen verschiedener Verschlüsselungen einen Angriff durchführen konnten, den wir Quellen-Telekommunikationsmanipulation nennen, in Anlehnung an die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, mit der wir ja von der Bundesregierung seit Jahren geärgert werden. Und so konnten wir also schön die Stimmen, wären wir in der Lage gewesen, die Stimmen von sehr vielen Bundesbürgern zu manipulieren. Wie immer beim Chaos Computer Club sind wir an den Hersteller herangetreten, Kai Biermann war uns dabei sehr behilflich, der hat da die Kommunikation gemacht und wir hatten ein wahres Tonschaubentisten. Tontorbenschießen. Genau, das hatten wir. Weil wir immer wieder, also wir haben dann irgendwie, es war ein Hin und Her, wir haben dann also die Vulnerabilities gezeigt, haben gesagt, pass auf, das, was ihr machen möchtet, und heißt, signierte Updates. Und dann wurde halt ein Versuch unternommen und dabei rutschten, dann lösten sich die Hosenträger und das Projekt legte sich wieder auf die Nase und wir waren dann immer dabei und mussten dann immer wieder nachliefern. Und das war ein Hin und Her über mehrere Releases, schon bevor wir veröffentlicht hatten und auch danach. Und dann haben wir irgendwann am 19. September gesagt, okay, es geht nicht mehr weiter, der Hersteller schafft es nicht, das zu fixen, also spenden wir einen sicheren Update-Mechanismus, so wie es sich gehört, in Open Source. Also ich meine, es geht ja immerhin um die Bundestagswahl, die haben ja gestern im Vortrag die drei auch nochmal betont. Ja, wir haben ja hier schließlich auch eine Verantwortlichkeit. Wir wollten ja auch wählen. Also beziehungsweise wollten wir, dass wir, wenn wir wählen gehen, unsere Stimme auch wirklich gezielt wird. Du wolltest nur eine Stimme abgeben, wolltest du sagen. Aber hier mal, wir haben ja gerade schon auch im Blog Disclosure durchklingen lassen, dass wir durchaus auch unsere Kommunikation und unsere Kooperationsbereitschaft auch davon abhängig machen, wie gut wir mit einem Hersteller zusammenarbeiten können. Und ich denke, der Hersteller dieser Software hat sich hier wirklich von, hat eben wirklich alles, nicht nur den technischen Teil falsch gemacht. Denn es war natürlich klar, dass unser kleines vergiftetes Geschenk, hier ist ein sicherer Update-Mechanismus, der ist Open Source, den könnt ihr verwenden, den schenken wir euch, dass sie das nicht übernehmen würden. Stattdessen haben sie einfach gesagt, naja, mei, wenn die Updates das Problem sind, dann gibt es halt keine Updates mehr. Und das haben sie halt wirklich wenige Tage vor der Bundestagswahl haben sie dann einfach alle Updates eingestellt und haben gesagt, ja, wir stellen die nicht mehr zur Verfügung. Es gibt die nur noch über den Service-Dienstleister. Und bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem Betreuer Kontakt auf. Und uns ist tatsächlich auch aufgefallen, also wer diese Software im Einsatz hat, der braucht offenbar sogar einen Betreuer. Betreutes Updaten. Betreutes Updaten, ja. Aber das ist wirklich nicht, sorry, das ist einfach nicht akzeptabel, denn damit blieben wenige Tage vor der Bundestagswahl alle Versionen im Feld dauerhaft verwundbar. Es gibt jetzt einen erschwerten Update-Pfad, das heißt, die meisten Vulnerabilities werden eh nicht mehr gefixt. Das Problem bleibt. Und wir kriegten tatsächlich dann auch aus den Wahlämtern Anrufe von den IT-Leuten, die dann sagten, ja, in eurem Bericht steht, ihr habt die Version bis zum so und so 4. September 2017 geprüft. Wir setzen hier eine von 2015 ein, ist die etwa auch verwundbar? Schick doch mal rüber. Also es lief einem da wirklich mehrmals kalt den Rücken runter und wir können also die Herstellerreaktion hier also wirklich nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen. Also wir haben natürlich dieses Ding wieder verbunden mit einer Reihe von Forderungen, weil, ich sag mal so, da jedes Mal irgendwie mit der heißen Nadel hinterher zu reverse-ingenieren und dann auch noch Patches selber schreiben zu müssen, übersteigt dann doch irgendwann so ein bisschen so den Aufwand, den wir leisten können. Und es ist halt klar, dass die Forderungen, die wir halt bei den Wahlcomputern hatten und die wir auch durchgedrückt haben im Sinne von der Abschaffung von Wahlcomputern, dass die auch für die Wahl, sogenannten Wahlassistenzsysteme, gelten müssen. Also dieses Primat von Geschwindigkeit, was die da postulieren, wir müssen jetzt diese Software verwenden, damit möglichst schnell gezählt werden kann, ist natürlich halt vollkommener Quatsch. Also es ist halt klar, dass Sicherheit, korrekte Nachvollziehbarkeit sind halt die wesentlichen Kriterien für so eine Wahlsoftware, heißt halt, dass es halt keine, also kein Ding geben kann, wegen schneller ist besser, sondern die Softwarekomponenten, die da am Wahlausgang in Wahlmeldungen beteiligt sind, die dürfen halt auf gar keinen Fall geheim sein, sondern die müssen halt Open Source sein, die müssen... Applaus Nein, er braucht die Mod-Grate. Das heißt, wir brauchen also da auch nicht nur Open Source Software in den Wahlämtern, sondern in dem gesamten Prozess, der halt einfach da durchgeht. Und die müssen auditiert werden, wir müssen Zugang zu den Auditorgebnissen haben, die müssen mit dem Quellcode publiziert werden. Und das heißt, also diese Forderungen fanden dann, also insbesondere halt auch irgendwie die Forderung nach Open Source Software in diesem Bereich, fand dann halt auch international sehr großen Anklang, weil wir da natürlich genau in dieses Problem, was in den USA halt hochgebabbelt ist, auch reingestoßen sind. Wo also klar war, die haben da das Problem nochmal in sehr viel stärker. Wir haben da auch natürlich tatsächlich mit den zuständigen Ministerien geredet, weil das, nun ja, wir waren halt kurz vor der Bundestagswahl und der böse Cyberrosse drohte. Das heißt, da war der Gesprächsbedarf dann doch plötzlich sehr schnell und sehr groß. Und da haben wir zumindest ganz gute Hoffnung, dass sich da jetzt halt ein Prozess entwickelt bis zur nächsten Wahl, falls die nicht zu schnell stattfindet, was natürlich ja auch sein könnte, wo wir dann halt doch nochmal, ja, vielleicht ein bisschen bessere Software entsprechend unserer Kriterien und Forderungen bekommen. Ich glaube, da haben um die 14.000 Leute unterschrieben. Das ist eine Kampagne der Free Software Foundation Europe. Wir wollen aber nochmal darauf hinweisen, auch ausweislich einer Antwort des Bundeswahlleiters. Es gibt ja nicht nur PC-Wahl. Wir haben auch noch die Software IvoElect. Da gilt natürlich diese Forderung genauso. Nur weil da noch niemand drauf geguckt hat, heißt das ja nicht, dass die wesentlich besser ist. Allerdings, wir waren so ein bisschen beunruhigt, der ausweislich dieser IFG-Antwort hat der Bundeswahlleiter auch noch gesagt, ja, aber sie haben auch Microsoft Office in der Benutzung, wo wir so dachten, oh, aber die wird wahrscheinlich als Public Code in demnächst dann nicht kommen. Das ist halt so schade, weil es wäre problemlos möglich, die gesamte Bundestagswahl mit Open Source Software auszuzählen und auch eine saubere, durchgängige Signaturkette von jedem Wahllokalleiter bis zum Bundeswahlleiter zu haben. und dass man einfach so was macht wie Gitpul, Bundestagswahl 2017, auswerten Punkt Pi, so ungefähr, das wäre halt überhaupt gar kein Problem. Und man fragt sich, warum hier in verschiedene Hersteller unseriöser Softwareangebote so viel Geld versenkt wird und alles, was wir dafür bekommen, ist Intransparenz und Angreifbarkeit. Und das wäre so eine schöne Sache, so eine Wahl, einfach mal mit öffentlichen Geldern und öffentlichem Code auch transparent und erfahrbar zu machen. Das ist unverständlich, warum das nicht geschieht. Naja, also in dem Kontext kommt ja tatsächlich dann, wenn man mal nachfragt, bei den Ländern die Begründung, nee, wir können solche Sachen sowieso nicht offenlegen, weil Sicherheit durch Geheimhaltung, wie man das als Informatiker halt weiß. Ja, dieser ganze Vorgang wurde von der FDP dann auch noch in einen schönen Wahlslogan umgebaut, den wir uns dann erlaubt haben, mal ein wenig zu modifizieren, um die, um diesen ganzen Komplex Bundestagswahl mal abzuschließen. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss. Wie schon mehrfach erwähnt, haben wir im Chaos Computer Club ja eine große Menge an lokalen Gruppen, die sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen machen. Es sind so viele, dass wir dieses Jahr keine Folien für die einzelnen Veranstaltungen machen konnten, sondern nur so ein Star Wars-Scroller da, der halt irgendwie mal versucht, irgendwie so ein bisschen irgendwie alles, was da so über das Jahr passiert ist, zusammenzufassen an CCC-organisierten, CCC-nahen Veranstaltungen. Und wir sehen halt, dass also die, also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben garantiert ein paar vergessen. Es gibt da halt auf Events CCC-DE immer die Terminansagen und Hupsi, der, ich lasse es nochmal laufen, war so schön. Ist doch okay, oder? Und die, die Frage halt, wo ist die nächste Veranstaltung? Wie sagt Events CCC-DE? Da gibt es dann halt auch Links noch zu den selbstorganisierten Veranstaltungen und so, die wir halt noch nicht überall in den Blogposts haben. Es lohnt auf jeden Fall, diese Veranstaltungen sind in der Regel echt toll. Die sind sehr viel kleiner als der Kongress. Man kommt sehr viel leichter mit Leuten ins Gespräch. Und sie sind halt auch eine, ja, eine gute Gelegenheit, halt einfach den Chaos Computer Club mal auf der, in der Nahbereichsebene halt kennenzulernen. Also es ist nur sehr dringend ans Herz zu raten, da mal nachzugucken und mehr, mehr dahin zu gehen. Ja, damit sind wir am Schluss. Danken für die Aufmerksamkeit und wünschen euch noch einen schönen Kongress. Applaus und wünschen euch die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.